Grüßen zu dürfen, willkommen in München. Schön, dass Sie da sind, dass Sie den Weg hier in die Bavaria Filmstudios gefunden haben und darf Ihnen Dank sagen, dass Sie den richtigen Knopf gedrückt haben. Ich bin Jürgen Flieger und muss Ihnen gleich mit einem Geständnis kommen. Denn es gibt Untersuchungen, da zeigt sich, dass die Kirchen, die großen Kirchen in unserem Land, auf einen so tiefen Vertrauensstandard gesunken sind wie nie zuvor, seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit 50, 60 Jahren geht es bergab mit uns. Und da schäme ich mich schon ein bisschen, Ihnen jetzt mal eine kleine Grafik zu zeigen, wie tief wir eigentlich, wir Kirchenleute, gesunken sind. Aber ich muss sie Ihnen zeigen, denn die Ingeborg Wachmann hat mal gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Also schauen Sie mal hin. Gucken Sie mal, wem wir in Deutschland am meisten vertrauen. Den Soldaten, der Polizei, den Gewerkschaften, die stehen alle vor uns. Und sogar die Journalisten und die Medien sind über uns. Und wem vertrauen wir am wenigsten? Den Kirchenleuten. Das ist die Wahrheit. So. Und ich habe Gäste eingeladen, die mir das erklären sollen. Welche lebensgeschichtlichen Dinge sind denn vorgefallen, dass so wenig Menschen den Kirchen noch etwas zutrauen. Also habe ich eingeladen, einen, der aus der Kirche ausgetreten ist, und der ist zu den Zeugen Gerovas gegangen. Dann habe ich auch Peter Horten eingeladen, der ein frommer Mann ist, aber auch aus der Kirche ausgetreten ist. Das soll er uns doch mal erklären, warum das eine und warum das andere. Und dann habe ich einen jungen Mann eingeladen, der hat sein Leben schon mit 16, wenn man so will, nicht nur dem Jesus geweiht, sondern der Kirche mit Zucht und Ordnung und Kasteien. Was macht er eigentlich jetzt, 10 Jahre später? Und endlich habe ich Stephan Thomas eingeladen. Der sagt doch, ich gehe doch nicht in eine Kirche, wo die mich gar nicht mögen, wo die mich nicht lieben und meine Liebe. Stephan Thomas, willkommen. Grüße Sie, Herr Thomas. Ich freue mich. Wollen Sie da, Klazli? Ja, danke schön. Danke. Sie sind aus der Kirche ausgetreten? Ja. In diesem Jahr? Im letzten Jahr? Im November. Ja. Und warum? Ausschlaggebende Punkt war eigentlich dann, als ich eben die Steuererklärung machte, wenn ich jetzt die Einstufung bekam für 2001, ich bin selbstständig, und dann für 2002 die Nachzahlung und gleich die Einstufung eben für 2003. Und das war eigentlich dann der Punkt, das waren doch etliche, ja, 1000 Euro, die ich dann zahlen muss oder auch in Zukunft zahlen werde, eigentlich eine Institution, beziehungsweise an die Kirche oder katholische Kirche, die mich in meiner Lebensweise eigentlich nicht akzeptiert, da ich seit Jahren mit einem Freund zusammenlebe. Ja. Und eben, katholische Kirche ist ja da nicht so eingestellt, eben, oder es wird nicht so akzeptiert, nämlich wie ich eigentlich seit Jahren lebe. Ich kriege zwei Sachen. Ausschlaggebend sozusagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, das war die Steuererklärung. Genau. Und das Zweite ist, warum soll ich denen Tausende von Euros geben, von mir, wenn die mich eigentlich nicht mögen? Denn offenbar sind sie homosexuell begabt. Ich sage immer begabt. Ja, genau. Denn welche Form von Liebe man lieben kann, ist eine Begabung. Und dann sagen sie, warum soll ich in einer Institution, aber welche Erfahrungen haben sie denn gemacht, wenn man schwul ist, oder wenn man homosexuell ist in der Kirche? Sind sie da wirklich mal draußen vorgehalten worden, oder ist das so eine, der Papst ist gegen mich, oder die Bischöfe? Haben Sie da Erfahrungen? Es war so, dass ich 1994 meinen damaligen Freund bei einem Verkehrsunfall verloren habe. Also der ist tödlich verunglückt. Und ich habe da schon so ein bisschen Bezug zur Kirche gesucht, muss man ganz, muss man ehrlich sagen. Das war am Chiemsee, da war auch die Beerdigung, und dann habe ich auch versucht, mit dem Pfarrer in Kontakt zu treten und einfach mich eigentlich auch zu outen, dass ich eigentlich dieser Person doch sehr nahe stand und nicht irgendein Freund bin. Da war ich eigentlich mehr vor verschlossenen Toren gestanden. Also es wurde immer heruntergespielt, ja, es ist halt wahrscheinlich ein Freund gewesen, oder den ich hier verloren habe, oder es wurde eigentlich nicht ernst genommen, dass das eigentlich mein Lebensgefährte war, mit dem ich auch seit ein paar Jahren schon zusammengewohnt habe. Die Trauer spüre ich immer noch. Ja, es ist sicher. Ihre Stimme fängt dann an zu schwanken und sagen, ich war doch der Ehemann dieses Mannes, wenn man so will. Und in dem Augenblick, wo man sich doch versprochen hat, zusammenzubleiben, ist, dass der Tod euch scheidet, genau da sagt die Institution, mit dir wollen wir in diesem Augenblick nichts zu tun haben. Das ist eine Wunde fürs Leben. Und dann sind Sie aber, wenn das 1994 schon stattgefunden hat, eigentlich sehr langmütig mit dem Verein. Ja, wie gesagt, das war jetzt, denke ich mal, doch auch dieser berühmte Tropfen auf den heißen Steinen. Ich bin selbstständiger Versicherungsagent, wir spenden eigentlich von der Agentur auch immer wieder Münchner Elzhilfe oder irgendwelche Institutionen. Das heißt, es liegt ja nicht an Geld. Das Geld drücke ich schon ab, nur woanders hin. Das ist mit Sicherheit, das hatte ich vorher schon gemacht. Aber jetzt auch dieser doch mehr oder weniger größere Betrag, den kann man ja auch irgendwie anders anlegen von Institutionen oder von Zugehörigkeiten, wo man eben dann wirklich akzeptiert wird, auch in seiner Lebensweise. Ja. Nun haben wir gerade über katholische Kirche geredet. Schwul sein ist bei den Protestanten weniger problematisch, glaube ich. Weil bei uns, meine Damen und Herren, in der evangelischen Kirche, da kann man ja mittlerweile sogar, wenn man standesamtlich verheiratet ist, in die Kirche gehen und seinen schwulen Freund so zu sagen, geradezu so etwas Ähnliches wie heiraten. Also es gibt den kirchlichen Segen. Also da hätten sie vielleicht weniger Schwierigkeiten gehabt. Aber noch mehr Leute als aus der katholischen Kirche treten trotzdem aus der evangelischen aus. Jetzt will ich mal Eleonor von Rotenhand fragen. Die kommt hier aus München und ist jahrelang ehrenamtlich und noch viel mehr in Kirchenleitengremien unterwegs gewesen. Ist die katholische Kirche mit Recht auszutreten, wenn man so will? Die ist zu kritisieren, aber warum sind so viele Leute aus der evangelischen Kirche unterwegs noch weg? Nun, ich denke, die Austritte sind ja im Allgemeinen etwas, was sich im Leben anbahnt. Und die Bindung zur Kirche ist traditionsgemäß bei uns Protestanten immer etwas geringer als bei den Katholiken. Das heißt, die innere Hemmschwelle aus der Kirche auszutreten, ist bei Katholiken höher als bei evangelischen. Ja, weil die ein bisschen autoritärer sind vielleicht. Ja, und das System ist einfach so viel enger, sodass es eine größere Mut braucht, da auszutreten. Ja? Ja. Und wenn wir doch so modern sind, warum treten trotzdem bei uns so viele Leute aus? Ja, weil ich denke, dass viele im Laufe ihres Lebens diese Kirche als nicht mehr relevant erkannt haben. Sie bedeutet nicht so furchtbar viel in ihrem täglichen Leben. Aber Sie waren doch jahrelang in Kirchenleit in Gremien, Sie waren in einer Synode in Bayern, Sie waren überall, Sie hätten das doch reformieren können. Sie hätten doch sagen können, wir machen das jetzt anders, ich bin einer der Laienchefs der Kirche. Der Kirchentag selber zeigt ja auch, dass er nach wie vor ganz viele Besucher hat. Und der nächste in Berlin, der ökumenische, wird noch viel mehr Besucher haben. Aber die Mühsal auch für den Kirchentag fängt an, wenn es zurückgeht in die Gemeinden. Wo in den Gemeinden für viele Menschen keine Heimat mehr vorhanden ist und auch so das Spirituelle nicht mehr deutlich ist, was wir noch stark beim Kirchentag erleben. Wir wollen mal gucken, meine Damen und Herren, alle unsere Gäste sollen Sie nämlich kennenlernen. Und dann können wir vielleicht in eine große Diskussion kommen, warum aus der katholischen Kirche weg, warum aus der evangelischen Kirche weg, warum gehst du in eine Sekte. Und deswegen habe ich beispielsweise Michael Lehner eingeladen. Nicht, weil er in eine Sekte gegangen ist, sondern Michael Lehner ist das, was man einen praktizierenden, kritischen, katholischen Menschen nennt. Der hat schon mit 16 Jahren gesagt, ich will mein Leben nicht nur Christus weihen, sondern in der katholischen Kirche. Hat alles auf sich genommen, was man da vielleicht auf sich nehmen muss. An Disziplin, Ordnung, Selbstkasteiung. Hat aber seinen Eltern nichts davon gesagt. Hier ist Michael Lehner. Willkommen. Ich wusste nicht, ob ich meinen Gästen, die jetzt im Fernsehen zuschauen, sagen kann, was ist Opus Dei. Ich wusste nicht, ob das alle wissen. Ich weiß, dass das viele wissen, aber ich wusste nicht, ob das alle wissen. Sie sind mit 16 Jahren dem Opus Dei beigetreten. Was ist das? Ja, das Opus Dei ist eine Personalprälatur der katholischen Kirche. Was ist das? Eine Personalprälatur. Ich sage jetzt Personalprälatur, weil Orden sachlich nicht richtig ist. Aber sowas ähnliches wie in Orden. Das wäre vergleichbar. Ja, das wäre vergleichbar. Also muss man da ins Kloster gehen? Nein, also der Unterschied ist, dass man seinen laienhaften Status beibehält, ganz normal eben seine Arbeit macht, studiert, was auch immer. Aber sozusagen nach Ihnen doch eben einem relativ strikten Regelwerk unterworfen ist. Aber wenn man Sie auf der Straße sehen würde, würde man nicht merken, der gehört zu Opus Dei. Nein, also ich trage keinen Habit oder es ist nicht üblich. Und an der Arbeitsstelle weiß das auch nicht unbedingt jeder. Das ist so ein verdeckter Orden. Wenn ich es nicht selber thematisiere, nein. Da sind Sie mit 16 beigetreten. Ihre Eltern haben das aber nicht gewusst. Warum haben Sie es vor denen geheim gehalten? Naja, ich habe es nicht bewusst geheim gehalten. Sagen wir mal, ich bin da hingegangen. Also sagen wir mal, es war jetzt eher so ein gradueller Schritt. Ich war vorher immer dabei und bin dann irgendwann Mitglied geworden und habe das dann nicht sofort thematisiert, sondern etwas später. Nun gibt es ja die wildesten Gerüchte. Was bei Opus Dei alles gemacht wird, das Verrückteste, da fange ich gleich mal mit an, ist, dass Sie sich selbst kasteien. Ich kenne das so von Luther vor 500 Jahren, dass der sich selber geschlagen hat, um ein Gefühl zu haben, er bringt dem lieben Gott ein Opfer. Wie machen denn das die Leute heute, sich selbst kasteien, ohne dass es jemand merkt? Das gilt, also es gibt diese Praxis, die allerdings nicht verbindlich ist. Ja. Und die findet ausschließlich eben in den Häusern des Opus Dei statt, also sozusagen hinter verschlossen. Ja, und was macht man da? Schlägt man sich? Es gibt, es sind eher symbolische Abtötungen, die gut eine gewisse körperliche Dimension haben. Es gibt eine Art Bußband etwa. Was ist das? Das ist ein Drahtgeflecht, das am Oberschenkel getragen wird, während einer gewissen Zeit täglich, ein bis zwei Stunden. Richtig, ja. Also ich, bitte, ich bin, manchmal mag das Ihnen komisch vorkommen, aber ich bin da ein bisschen neugierig. Also da geht man irgendwo auf der Arbeit hin und sagt, ich will jetzt so etwas wie eine Andacht spüren, wie ein tiefes, tiefes Gefühl meinem Gott näher zu kommen und geht dann irgendwo hin und macht dieses Strumpfband an, was so Haken hat? In der Arbeit nicht, also es wird nur in den Häusern getragen. Es ist allerdings in der Selbsteinschätzung jetzt auch kein besonders wichtiger Punkt. Was ist wichtig, wenn man zu Opus Dei gehört und seinem Leben der Kirche widmen möchte? Ja, also sehr wichtig ist die Bereitschaft zu einer völligen Hingabe. Und muss man das üben? Das muss man täglich üben, ja. Ich weiß, dass Sie beispielsweise kein eigenes Geld haben dürfen? Das gehört mit zu dieser Hingabe, dass man, gut, man muss ja immer ein bisschen differenzieren, welche Form der Mitgliedschaft man wählt. Also ich war in einer relativ strikten Art und Weise Mitglied, wo es auch dazu gehörte, auch das analog zu den Orden übrigens, dass man die Verfügungsgewalt über die eigenen Mittel abtritt. Also wenn Sie dann zu McDonalds gehen, Hamburger kaufen, müssen Sie das rechtfertigen? Ja, ich frage mal, von Taschengeld, irgendwas muss man doch haben, wenn man durch die Stadt geht, hat man doch was in der Tasche. Ja, es gibt, also man gibt die Verfügungsgewalt ab und bekommt das Geld, das man braucht und gibt darüber dann eben in regelmäßigen Abständen auch Rechenschaft ab. Die wollen das genau wissen. Was kostet ein Hamburger, wo hast du das Geld ausgegeben? Oder ein Snickers oder zwei Kopien in der Universität, ja. Ist das wahr? Also zwei Kopien, also eine Kopie kostet neun Pfennig und habe ich 18 Pfennig da, so genau? Ja, also ich habe da etwas geschludert, muss ich sagen, aber normalerweise gibt man eben Rechenschaft, aber das Leben ist sehr transparent. Was ist das Ziel solcher harten, soll ich sagen, Gehirnwäsche oder Körperwäsche oder Reinheit ist natürlich auch ein religiöses Ziel, keine Frage. Also wo wollen die Sie hinhaben mit solchen Regeln? Also die Regeln darf man jetzt vielleicht nicht übertrieben bewerten. Im Kern sollen sie dazu dienen, eigentlich die Hingabe, das Gebetsleben irgendwo zu fördern. In dem Moment, wo die Regeln überhand nehmen oder auch eine gewisse Skrupulität bei den Leuten auslösen, sind sie eigentlich unsinnig. Nun sagen wir ja, es gibt solche Sekten aus Amerika, da muss man immer hin und Rechenschaft ablegen, alles. Die wollen alles von einem wissen. Und wenn man so alles erzählen muss, was man erlebt hat, also irgendeinem Oberen oder Vorgesetzten, nicht nur das Ökonomische, Wirtschaftliche, vielleicht auch das Erotische, vielleicht auch das Privatste, was man selber als sehr privat empfindet. Ist das so eine Art Gehirnwäsche, dass man jeden Tag oder jede Woche, ich weiß nicht wie oft oder alle 14 Tage, das alles ausplaudern muss? Ich glaube, die Argumentation ist ein bisschen schief. Man müsste eigentlich hergehen und sagen, also ich möchte ein bestimmtes Leben führen. Und die Transparenz, die ich lebe, und das ist natürlich ständige Überwindung, ist ein Mittel dazu. Das heißt, also alles, was ich tue, muss ich freiwillig tun. Und wenn ich es nicht tue, dann tue ich es halt nicht. Aber ich schade meine... Ja, man hat es doch mal unterschrieben. Man hat es sicherlich mal unterschrieben. Man macht es. Ich will nicht böse sein oder kritisch. Ich will einfach nur sagen, wir greifen das bei manchen Sekten an, die von Amerika rüberkommen. Und sagen, ah, gehört da auch dazu, dieser Schauspieler, das er unterschrieben hat und so, so Gehirnwäsche. Und läuft das vielleicht in unseren Kirchen verdeckt mit heiligeren Namen auch? Ausforschender Leute. Ich glaube, es gibt doch einen qualitativen Unterschied zwischen Strukturen, oder ich nehme an, Sie zielen jetzt auf Sekten ab, oder mit dem Begriff Sekte, die irgendwo in eine etablierte Großinstitution eingebunden sind, etwa die evangelische oder katholische Kirche. Übrigens auch viele Orden sind sehr strikt und strikter, als man denkt. Und eben solchen Strukturen, die das nicht sind. Also ich würde einen großen Unterschied machen zwischen Opus Dei und Scientology, um es deutlich zu sagen. Darauf habe ich angespielt. Ähm, ähm, akzeptiert. Wie ist das denn, Sie sind aber jetzt nicht mehr bei Opus Dei, ähm, kann man da einfach austreten? Oder gab es einen Anlass, dass Sie gesagt haben, jetzt reicht es mir? Das würde ich auch gerne wissen. Sie sehen, es war irgendwo so, äh, ich habe festgestellt, dass irgendwo bestimmte Voraussetzungen, die ich angenommen hatte, in dieser Form sich nicht eingelöst haben. Und, äh, habe dann eben... Nehme ich, können Sie das mir sagen? Also es ging mir, ich... Ja? Es war im Nachhinein so, ich habe mich da vielleicht zu einem frühen, zu frühen Zeitpunkt, äh, zu, äh, stark gebunden. Und dies, äh, durchzuhalten, äh, war dann immer schwieriger. Und irgendwann war dann auch die Frage, also zunächst eben auf dem Weg des Kompromisses irgendwo eine vernünftige Situation, äh, zu erzwingen. Aber als das auch nicht, äh, möglich war und es ist auf deruhr auch nicht befriedigend, äh, äh, musste ich einfach sagen, also es ist nicht mein Weg und, äh, wir müssen uns eben trennen. Ist es schwer, wenn man so viele Jahre seiner Jugend gesagt hat, ich weihe mich einer gewissen Sache, und dann wird man auf einmal 20 und 21, 22, 23, haben wir das Gefühl, ich habe sieben Jahre verschenkt? Da muss ich jetzt auf zwei Ebenen drauf antworten. Also das eine ist, es ist vielleicht vergleichbar irgendwo zu einer Beziehung, die, äh, eben sieben Jahre läuft. Also natürlich ist es ein großer Sprung, ist auch, äh, währenddessen und anschließend in der Trennungsphase eine gewisse Leidenszeit sicherlich, ne? Ja. Weil es eben eine, äh, Umkrempelung irgendwo des eigenen Lebens voraussetzt oder nach sich zieht. Das andere ist, äh, dass irgendwo meine Loyalität, äh, zur Kirche in keiner Weise gelitten hat. Also ich sehe mich weiter als praktizierende Katholik. Ich mag meine Kirche sehr gern, trotz allen Schwierigkeiten, die, äh, auch dort gelegentlich auftreten. Und wenn ihr beide in einer Bank sitzen würdet, er mit seiner homosexuellen Begabung, sie mit ihrer spirituellen Begabung, dann muss doch eine Brüderlichkeit sein. Also ich habe jetzt, äh, mit der Situation von Herrn Thomas an sich, äh, kein Problem, was ich vorher mitbekommen hatte. Also das, äh, war natürlich eine Fehlreaktion, äh, irgendeines Pfarrers jetzt in einem so einschneidenden Todesfall einer engen Beziehung da in einer solchen Form zu reagieren. Mir geht es aber umgekehrt natürlich auch so, wenn ich, äh, mit meiner Freundin zusammenleben möchte, ohne verheiratet zu sein, verstoße ich natürlich auch da gegen Normen. Und macht es Spaß? Äh, also ich lebe nicht mit meiner Freundin zusammen. Ach so. Aber, ähm, also ich denke, äh, die, ich kann nicht, äh, also ich würde jetzt von mir aus, es gibt viele Dinge an der Kirche, die mich stören, weil ich es eigentlich, äh, anders machen wollen würde. Ja. Aber auf der anderen Seite Normen der Kirche grundsätzlich für richtig halte und versuche mich daran zu halten. Es klappt mal besser, es klappt mal schlechter. Also sagen, Normen sind schon wichtig. Aber welche Normen wir aufrechterhalten wollen oder nicht, die müssten doch auch diskutiert werden, oder? Ja, die müssten sich doch im Laufe des Lebens ändern. Okay, vor 2000 Jahren hat man ja gesagt, also weiß ich, Schwule, Lustjungs und was weiß ich, was da so war, um Gottes Willen. Ich glaube, die Antike war liberaler als heute, aber in der Hinsicht. Ja, im Neuen Testament nicht, aber da kommen wir ja auch schlecht weg. Aber okay, Normen ja, die Kirche muss Normen haben und an diesen Normen müssten wir uns auch orientieren, das höre ich von Ihnen. Also ich würde sagen, äh, wenn wir keine Normen haben, das ist vielleicht auch zum Stück das, oder zu wenig Normen, zu wenig Verbindlichkeit. Und die scheint mir auch ein Problem der evangelischen Kirche zu sein. Ein Stück weit mehr als in der katholischen, endet das irgendwo in Indifferenz und Beliebigkeit. Wir haben zu wenig Normen, wir evangelischen. Nein, Sie sind, die haben Sie sehr wohl, aber Sie haben irgendwo nicht diese, also die zentralistische Struktur, die wir jetzt durch Rom etwa haben, ist bei uns viel fester, hat auch viele Probleme. Aber es ist von daher auch etwas normierter. Ihr habt ein bisschen mehr Gelände an der Treppe. Genau. Okay, machen wir das mal so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob Peter Horten diese Meinung teilt. Denn Peter Horten, meine Damen und Herren, mit dem ich vor einiger Zeit einen Gottesdienst feiern konnte, da erlebe ich auf einmal einen Künstler, dessen Spiritualität so tief ist, dass sie vielen, vielen, hunderttausend Menschen bewegt hat. Die haben geschrieben, geschrieben, wir haben von Peter Horten ein Stück Spiritualität erlebt. Hier ist er und trotzdem aus der katholischen Kirche ausgetreten. Erkläre er mir das. Herzlich willkommen. Auch katholisch erzogen, genau wie er, katholisch erzogen. In Österreich, in Wien, Wiener Sängerknaber, ja da kann man doch eigentlich nicht austreten, das ist doch das ganze Leben überhaupt. Das Leben ist nicht die Kirche, sondern das Leben ist die Liebe. Und ich muss das gleich dazu sagen, mein Austritt liegt 36 Jahre zurück und ich möchte in keinem Falle das mit irgendeiner modernistischen Sportlichkeit in Verbindung wissen. Und ich möchte auch sagen, dass es eine Katastrophe wäre, wenn die Kirchen verschwinden würden. Die Welt würde in Blut baden, wenn das geschehen würde. Aber ich habe von Anfang an in einem extrem katholischen Konvikt aufwachsend mit einem päpstlichen Geheimkämmerer als Vorsitzenden, ein Monsignore, habe ich erlebt, wie die Abgrenzung als ich bin Katholik, ich bin Protestant, wesentlich mehr ausgrenzt, als was ich darin eingrenze. Und ich habe durch meine frühen Weltreisen, unter anderem mitten in Wiener Sängerknaber, so viele wunderbare Menschen erlebt, deren Name für Hunger und Liebe ein anderer war, aber die den gleichen Blick hatten. In ihrem Blick habe ich die gleiche Sprache gelesen und gehört. Und das war für mich der Anfang, dass ich gesagt habe, ich möchte aus konfessionellen Begrenzungen heraus, aber nicht, weil das jeder machen soll, sondern weil ich vielleicht bereits einen Schritt in meinem Leben getan habe, der mich über den Schutz dieser Grenze hinaus bewegt hat. Ich habe in meinem letzten Buch »Pflammen wie Apfelhimmel« einen kleinen Aphorismus geschrieben, das heißt »Glaube und Konfession sind wie Nahrung und Kochtopf. Manchmal zerstört das Kochen die Nahrung.« Und dann gibt es noch einen ganz schönen anderen Spruch, der nicht von mir ist, der von einem großen, sehr verehrten indischen Waisen, vielleicht auch Heiligen, sage ich jetzt einfach nur mal vorsichtig, Vivekananda, der sagte mal, »Gott in seiner grenzenlosen Liebe sieht die Menschen in ihren verschiedenen Rassen, in ihren verschiedenen Kulturen und den daraus Erwachsenen Notwendigkeiten, ihr Leben zu gestalten.« Ein Mensch, der in Alaska wohnt, hat andere Themen als jemand, der in Afrika bei großer Hitze lebt. Und er hat gesagt, Gott kommt immer wieder auf die Erde durch das Portal des Menschen, das ist das wichtigste Portal Gottes, und bringt den Menschen Bilder, mit denen sie wieder weiterarbeiten können. Und sofort kommt der Teufel hinterher und macht eine Kirche draus. Hat er auch gesagt. Das hat er dazu gesagt, nicht von mir. Und es ist natürlich ein vielleicht spaßiger Zynismus, und Zynismus ist für mich immer eine Form von steckengebliebener Trauer. Ich habe Pfarrer erlebt, ich höre das mit großem Respekt, was Sie sagen, und wie gesagt, ich bin auch in einer sehr, sehr eng gefassten Konviktstruktur aufgewachsen bei den Wiener Sängerknaben. Es war auch ein absolut katholischer Akt, muss ich sagen, der in keiner Weise irgendwie edukativ sanktioniert wurde. Also, dass einem Kind mit zwölf Jahren die Tosca-Partitur über den Schädel geschlagen wurde, nur weil er einen falschen Ton gesungen hat. Das ist heute nicht mehr so. Heute sind die Wiener Sängerknaben auch einer edukativen, einer erzieherischen Entwicklung dankbar. Ja, das ist klar. Aber es hat uns auch nicht umgebracht. Die Fontanelle hat ein bisschen geknirscht, aber wir sind am Leben geblieben, und wir haben auch die Töne dann vielleicht richtig oder vielleicht auch nicht gesungen. Aber es war immer... Aber den Satz, es hat uns nicht geschadet, habe ich gerade nicht gehört. Nein, den haben Sie nicht gehört. Es hat uns mit Sicherheit geschadet, denn wir haben jahrelang gebraucht, bis wir die damit sanktionierte Aggressivität aus unserem eigenen subbewussten Verhalten herausbekommen. Und Buße ist kein Weg zu Gott, nur die Liebe. Gott ist nichts als Liebe. Alles, was nicht Liebe ist, ist vom Menschen in seiner Abgrenzung von Gott, in seiner Verinselung geschaffen. Also Buße ist kein Mittel. Und in der Buße ist auch noch etwas versteckt in den Kirchen, besonders in der katholischen. Das ist die Diskriminierung der Frau. Die Diskriminierung der Frau ist ein ganz uraltes Thema, und heute sind wir so weit, und deshalb werden wir herausgefordert, unsere Grenzen zu überprüfen, zu überschreiten, und vielleicht vollkommen neue Formen, der auch, ich möchte nicht sagen, dass die Konfession nicht weg ist, aber die Frau, und mehr als die Frau noch, das Weibliche, das in jedem Menschen enthalten ist, ist der einzige Faktor, der diesen Planeten vom Untergang retten kann. Nun denke ich, die ganze Zeit hat er wohl recht, da gibt es doch diese Jungfrau Maria-Geschichte, gerade in der katholischen Kirche, die wird höher gehängt als bei den Protestanten. Fällt mir so als möglicher Einwand. Luther hat sich da schon früh empört darüber, und Maria hat erst vom kirchlichen Wertekanon recht spät auf das Podest dürfen, als es war nicht mehr zu vermeiden. Diese unglaubliche Frechheit eines Mannes, der heute noch sagt, die Frau ist dem Manne ebenbürtig, ja, der Mann ist ja ohne Frau gar nicht einmal bürtig, geschweige denn ebenbürtig. Also wir brauchen Frauen, und wir brauchen sie auch in den Kirchen. Ich frage jetzt die Frau, die es in den Kirchen gibt, die Protestanten sagen, ja, okay, das wissen wir langsam, mühsam haben wir jetzt gelernt, wie wohl die Sprüche da auch noch kommen, aber bei Protestanten, meine Damen und Herren, ist es seit einer Generation eben möglich, dass eine Frau auch alle fahramtlichen Ämter, Bischofsämter innehaben kann. Barbara Kittelberger ist eine Pfarrerin hier aus dem Bayerischen. Warum klappt es trotzdem nicht? Warum klappt es trotzdem nicht? Also wir haben doch die Reform, wir hatten nichts gegen Schwule, wir hatten nichts gegen das Weibliche, so sehr, oder doch? Es klappt trotzdem nicht. Wir sind auf der untersten Skala angelangt. Haben Sie eine Erklärung dafür als Frau? Als Pfarrerin? Ich denke, dass 1975 ein großer Aufbruch war, auch Frauen wollten etwas verändern. Aber das System der Kirche, die jahrhundertealte Tradition, die von Männern mitgeschrieben wurde, ist einfach viel träger als das, was Frauen in 25, 27 Jahren zustande bringen können. Und ich denke, das Zweite ist, dass Kirche sich noch immer so darstellt, dass wir alle kommen müssen, damit sich etwas an dem Ort verändert. Und ich arbeite ja als Pfarrerin im Krankenhaus und in einer Struktur, wo Menschen unerwartet mit der Kirche in Berührung kommen. In Situationen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Und dort erleben, dass Kirche sie ganz anders annimmt, ihnen begegnet, ihnen unerwartet Rat gibt oder unerwartet Würdigung, unerwartet sich mit ihnen freut. All die Dinge, die wir uns eigentlich von Kirche wünschen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, warum Kirche im Moment an der Skala so weit unten ist. Sie waren doch jahrelange in den USA. Sie waren bei den Gospelsgeschichten. Da haben Sie doch etwas ganz anderes erlebt. Warum können die Leute in den USA das? Die sind ja nicht weniger modern oder nicht weniger doof wie wir und trotzdem klappt das da. Warum klappt das bei uns nicht? Ich denke, der Unterschied zwischen uns und den Amerikanern ist, wir haben ein anderes Verhältnis zur Religion. Ich denke, wir in Mitteleuropa sind einfach sehr traditionell geprägt von der abendländischen Tradition. Und Kirche ist was sehr Hohes, sehr Frommes, während so die ganzen amerikanischen Gospels und fundamentalistischen Religionen einfach viel mehr vom Herzen her kommen. Und Amerikaner haben ein unmittelbares Verhältnis zum Herzen. Ja, da finde ich aber Peter Horten besser. Der hat gesagt, Herz, Augen, da gibt es was zu entdecken. Das ist richtig. Und ich denke, zugleich gibt es bei uns ganz viele Skeptiker, die sofort sagen würden, wenn es nur die Liebe ist, ist es ja ganz einfach. Das muss ja viel mehr sein. Also unser Intellekt ist zum Teil dann so, dass es sich sehr schnell einschaltet und wir es einfach nicht schaffen, auch mal eine einfache Botschaft als wertvoll und wichtig zu sehen. Die Indianer haben mir in einer Sendung gesagt, Gedanken seien Würmer, die würden sich durch den Kopf hühlen. Ja. Ja, also das ist, das Herz säße tiefer als der Kopf, haben die Indianer mir mal beigebracht. Oder ich sage, guck mal, wir Kirchenleute sagen den Leuten immer, wo es lang geht. Aber wir fragen ihnen nicht, wo gehst du lang? Das ist, ich denke, also unsere Kernkompetenz heißt doch Seelsorge, Seelsorge, Seelsorge und nicht zu sagen, wo es lang geht. Ich verstehe das nicht. Wobei, also ich denke, so einfach ist es auch wieder nicht. Denn Menschen wünschen sich... Ach, vorhin durfte es mal einfach sein. Jetzt durfte es wieder nicht einfach sein. Menschen wünschen sich ja zugleich auch, dass sie geführt werden, ein Stück weit. Zumindest, dass sie ein Geländer kriegen. Aber das Geländer soll so viel Freiheit lassen, dass ich nicht in Abhängigkeit gerade, sondern dass ich mich selbst verantwortlich entscheiden kann. Also ich denke, Normen, so wie die zehn Gebote, die ja, denke ich, unumstritten sind, sind ja notwendig und wichtig. Aber wie ich die auswege und ob ich einen Menschen dann dazu verbiege, dass er jetzt in ganz bestimmter Art und Weise reagiert oder nicht, das wäre der Unterschied. Also für mich gehört ganz deutlich dazu, auch die Freiheit zu lassen, einem Menschen zu sagen, du kannst dich entscheiden, wie immer du das für dich leben möchtest. Die Selbstverantwortung ist ein hohes protestantisches Gut. Ich denke, das unterscheidet uns, das spreche ich als evangelische Pfarrerin ganz bewusst, von vielen, also vom katholischen Glauben auch, wo das doch mal eine ganz andere Rolle und Funktion hat. Es wird Zeit, dass wir weniger darauf gucken, was uns unterscheidet, sage ich mal, als auf das, was uns eint. Mal gucken, ob wir das finden. Mit dem nächsten Gast beispielsweise. Es ist ja auch oft so, bevor wir damit diskutieren können, das kommen wir ja am Ende der Sendung sicherlich, es ist ja auch oft so, dass ein Mensch einen Erfahrungsweg geht und wahrscheinlich muss er 30, 40 Jahre Jahre alt werden, um die Erfahrung des verlorenen Sohns zu machen, zu sagen, wo komme ich eigentlich her, muss ich mich nicht im Laufe meines Lebens viel mehr um meine Wurzeln kümmern, nicht nur um Vater und Mutter, sondern auch um Himmel und Erde. Und deswegen habe ich Dr. Michael Konrad eingeladen, der hat alles erlebt und gesagt, ich war aus der Kirche weg, jetzt bin ich wieder da. Was hat ihn dazu veranlasst? Willkommen, Herr Konrad. Rufen Sie. Sie sind doch Philosoph, Dr. Konrad. Also so ein Denkfachmann. Und die Philosophie war doch immer so eine Konkurrenz zu Kirchens. Wir denken uns mit Weisheit, mit Struktur, mit Klugheit die Welt zusammen und auf einmal kommt der kluge Philosoph, Sie verdienen immer noch Geld damit, und tut auf einmal in irgendeiner Kirche Klingelbeutel halten und ist wieder auf der niedrigsten Stufe angelangt. Warum sind Sie wieder in die Kirche zurückgegangen? Ja, die Philosophie ist eine eher nüchterne und rationale Angelegenheit. Und die Philosophie, zumindest wie sie heute verstanden wird, vermittelt eigentlich weniger Gewissheiten und Sicherheiten, sondern nährt die Skepsis und die Zweifel. Das halte ich auch für eine sehr wichtige Sache. Aber es fehlt für mich persönlich dann an Wärme oder an Geborgenheit. Wo haben Sie die denn gesucht, wenn Sie sie bei der Philosophie nicht gefunden haben? Dann macht man sich doch auf die Suche. Wo waren Sie überall? Ich war an recht vielen Stationen eigentlich. Also begonnen habe ich, wenn ich mich recht erinnere, dann bei dem Buddhismus. Das war auch so eine Modeerscheinung. Oder ist es immer noch? Da war ich eine Zeit lang. Dann würden aber manche Leute sagen, ey, sei vorsichtig mit dem Begriff Modeerscheinung. Buddhismus ist eine uralte Geschichte. Die ist älter als das Christentum. 600 Jahre älter. Ist das unser westlicher Blick, zu sagen, das ist ja nur eine Modeerscheinung? Oder haben nicht viele westliche Leute Grund, Buddhisten zu sein? Für Sie war es eine Modeerscheinung? Möglicherweise ist das so ein sehr abendländischer Blick. Das mag schon sein. Wir haben so einen Kulturimperialismus, den wir in uns tragen. Wenn ich denke an Modeerscheinung, denke ich an den europäischen Buddhismus, den es ja noch nicht so lange gibt. Jedenfalls nicht so verbreitet. Da sagt der Dalai Lama, bleibt Christen. Finde ich ganz spannend. Ja, ja. Dass er sagt, also seht zu, dass ihr eure eigene Spiritualität erhaltet und nicht eine importierte, aufgefropfte lebt. Ja, das war ein Ausspruch, der mir auch zu denken gegeben hat, muss ich sagen. Dass der Dalai Lama, also nur das Oberhaupt des Buddhismus, das gesagt hat, bin ich dann auch etwas nachdenklicher geworden. Ich war dann bei der Esoterik, oder ich glaube, da war ich vorher schon, also Astrologie und andere Methoden. Dann kam die griechisch-orthodoxe Kirche durch einen Freund, den ich hatte. Der war Grieche. Also das muss doch was für Sie sein. Also Sie sind doch so eine ästhetische Erscheinung. Und das ist doch so eine Geschichte, orthodox sein mit ganz vielen Ritualen. Warum ist denn das nichts für Sie gewesen? Das hat mich fasziniert mehr wegen der Weltabgeschiedenheit, der Weltabgewandtheit. Also wir haben damals viel über die Mönchsrepublik auf dem Berg Athos gesprochen. Ja, nur Männer. Das hat mich fasziniert. Da würde der verrückt, der Peter. Ne, wirklich nicht. Das hat schon seinen Sinn, so einfach ist es nicht, Jürgen. Ja, aber wieso, warum sagst du auf einmal, Frau ist das Wichtige, und dann sagst du auf einmal... Jetzt, wir müssen ja die geschichtlichen Prozesse mit einschließen. Wir stehen als Menschheit jetzt an einer anthropologischen Synapse, die uns vor Aufgaben stellt, wie sie nie zuvor, jedenfalls nicht in der Zeit unserer Geschichte, also vor einer Schwelle, ja? Vor einer entscheidenden Schwelle. Und ich liebe jeden, der sich mit etwas beschäftigt, was ihn mit dem in Verbindung bringt, was ihn atmet nachts, was sein Herz schlägt nachts. Das ist die Religio, die Rückbindung auf meine Quelle. Und da ist mir alles ans Herz gewachsen, was irgendwie in der Liebe lebt. Und das heißt Liebe, denn alles, was nicht Liebe ist, ist ja gegen das Leben und destruiert das Leben, also zerstört das Leben. Also Sie haben es erst mal versucht, vielleicht finden wir es unter Männern besser. Opus, die ist ja auch nur was für Männer, ne? Nein, es gibt einen weiblichen Zweig, ja. Aber die sind irgendwo getrennt, die Männer für sich und die Frauen für sich. Das ist richtig, ja. Also da sind ja die Athos-Leute, wenn man so will, ein kleines Vorbild. Was erlebt man denn, wenn man nur Männer, die Spiritualität von Männern, und warum reicht die nicht? Das war nicht mein Hauptgesichtspunkt. Was mich fasziniert hat an dem Berg Athos, war diese, ja die Weltabgeschiedenheit, diese eigene Welt für sich. Ich kam ja aus sehr weltlichen Berufen, und das hat mich sehr gereizt, hat mir aber auch dann mittelfristig nicht genügt. Ich habe das auch als zu extrem empfunden. Und dann kam die katholische Kirche, die mich gerade wegen ihres, wie ich finde, relativ ungebrochenen Verhältnisses zur Sinnlichkeit dann angesprochen hat. Also die schönen Kirchen. Und ein Bekanter, mit dem ich mich unterhalten habe, sagte dann, für Askese haben wir Orden. Und das fand ich irgendwie sehr lebensverwürdig. Und sind Sie da richtig rein eingetreten, oder sind Sie nur dreimal zur Messe gegangen? Ich habe immer nur geschnuppert, bei all diesen Richtungen. Und das war es dann auch ein bisschen, was mich gestört hat an meinem Weg. Das war so beliebig. Heute bin ich davon begeistert, und morgen von etwas ganz anderem. Und das entwertet dann auch das, wofür man sich begeistert. Nun habe ich in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie aus Ida-Oberstein kommen. Das ist ein protestantisches Gebiet. Heißt es, dass Sie nichts anderes sind, als in die Heimat zurück, in die geistliche Heimat, in den Geruch Ihrer Mutter, Ihres Vaters, in das, dass man sagt, wo finde ich eigentlich Geborgenheit? Ich muss eigentlich, wenn ich auch in München wohne, spirituell nach Ida-Oberstein zurück. Ja, also da sagen Sie etwas sehr Wahres, glaube ich. Mir war das gar nicht so bewusst zunächst. Aber wenn ich daran zurückdenke, es ist tatsächlich so, dass ich als dann nach diesen vielen Umwegen der Gedanke kam, eigentlich war ich doch mal evangelisch. Das war vorher so fern für mich. Und dann kam der Entschluss, mich mit der evangelischen Kirche wieder zu beschäftigen und wieder einzutreten. Da hatte ich tatsächlich das Gefühl, heimgekommen zu sein. Ist es das? Sind wir alle auf der Rückreise? Also innerlich? Also sind wir dann nur glücklich, wenn wir aufarbeiten, wo wir herkommen, dass wir auch dahin zurückfinden? Dann hat er ein Problem. Wichtig ist, dass wir das in unser Herz zurücknehmen, was wir einmal ausgeschlossen haben. Das kann auch die physische Heimat sein. Und in diesem Fall ist es so, dass ein Mensch einem anderen Menschenliebe zuwendet und dass er seine Form hat, die nicht nur respektiert oder gar toleriert, weil Toleranz, der Begriff Toleranz ist missbraucht. Für mich ist er in vielen Fällen ein Kreditrahmen für eigene Lumpereien. Weil je toleranter ich bin, desto größer ist der Rahmen auch für das, was ich selbst falsch machen darf. Ich habe viele Menschen mit ihrer Begabung, wenn ich das übernehmen darf, kennengelernt, die eine so unglaubliche Harmonie ausgestrahlt haben. Viele meiner wirklich guten Freunde zählen auch dazu. Und ich unterscheide das nicht prinzipiell, dass man sagt, das ist besser oder das ist schlechter. Wichtig ist, dass wir ein Miteinander finden, ein Neues. Und dazu gibt es viele Wege. Es gibt nicht einen Weg, sonst wäre die Welt nicht ausgedehnt. Wenn es nur einen Weg gibt, dann gibt es zwischen zwei Punkten eine ganz schmale Verbindung, wo ich nicht einmal mehr atmen kann. Und das ist die Gnade, dass wir Wege haben. Aber wenn der Philosoph, ich sage das mal, nach Idar-Oberstein zurück will, innerlich, in seiner Heimat, wenn eine Religion was zu tun hat mit Heimat, mit Heimat, Geborgenheit finden, wo man nicht gemessen wird, wo man dazugehört, wo man nichts leisten muss, wo die Mutter einem das Essen auf den Tisch gibt, obwohl du nichts geleistet hast, wo die Sonne aufgegangen ist, obwohl man noch nichts konnte, dann hat er doch ein Problem. Er ist römisch-katholisch erzogen. Und seine Heimat, so habe ich sie verstanden, sagt, wir wollen dich so nicht. Wo wird er seine Heimat finden? Ja, du unterstellst ja, dass die Heimat die Kirche ist für ihn. Das ist es ja nicht. Das hat er ja erkannt, dass es das nicht ist, dass er da nicht zu Hause ist. Dass das eine Wahrheit ist, die Sie, lieber Herr Stephan, nicht leben können. Und deswegen ist das für mich nicht ein Problem. Nicht das. Das ist ja auch der Punkt, dass ich mich eben eigentlich bei der katholischen Kirche verstecken muss, letztendlich. Ich habe es nie bei meinen Eltern gemacht, nie in meinem ganzen bekannten Verwandtenkreis. Ich habe schon immer sehr offen gelebt. Ich habe in der Firma keine Probleme. Ich habe auch meine Mitarbeiter. Es gibt hier nichts zu verstecken. Und das wollte ich nie. Ich will es nie. Ich will es auch mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das. Und ich will, dass das eigentlich offen jeder weiß, was ich mich vor keinem verstecken muss. Und trotzdem spüre ich die Erschütterung, die es da gibt, dass sie diesen Mut immer braucht und sagen, ich will es, ich bin es, ich will es, ich bin es. Und dass es offenbar und drumherum eine Atmosphäre gab, die das von ihnen verlangte. Ich will es, ich bin es zu sagen. Wer von uns muss das dann sagen? Meine Damen und Herren, es gibt auch Menschen, die zur Kirche gehört haben, katholisch, evangelisch, ganz egal, die gesagt haben, es ist uns nicht verbindlich genug. Das kam gerade mal von Ihnen auch. Und die aus dieser Not heraus gesagt haben, wir wollen etwas Verbindlicheres in unserem Leben haben. Wir versuchen es mal mit einer engeren Glaubensgemeinschaft, mit einer Sekte vielleicht, mit den Zeugen Jehovas. Markus Hünermann ist Zeuge Jehovas. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Herr Hünermann. Was müssen Sie alle aushalten, wenn Sie sagen, ich bin Zeuge Jehovas? Sport? Aus der sportlichen Sicht habe ich es noch nie betrachtet. Aus der sportlichen Sicht. Nein, es ist sicher so, dass viele Menschen dieses Wort Zeuge Jehovas in diese Glaubensgemeinschaft sehr viel hineininterpretieren. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung aus gar nicht widerspiegeln kann. Und man ist dann immer sehr schnell versucht, das gerade zu rücken. Viele Menschen lassen das, aber gar nicht gerade rücken. Ist man in der Defensive? Das kommt darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Ich glaube, also ich habe gelernt, dass man mit diesen Dingen eigentlich auch nur weiterkommt, wenn ein anderes auch wirklich hören will. Wenn jemandem was hingeworfen wird und das hast du jetzt gehört, du hast damit zu leben, gut, dann ist es so. Aber wenn jemand wirklich eine Antwort darauf haben will, dann bekommt er sie auch. Was haben Sie vermisst bei den großen Kirchen, wo Sie früher mal waren und finden das jetzt bei den Zeugen Jehovas? Also ich bin in einem Haus groß geworden in der Gewissheit, dass es Gott gibt. Und ich bin halt älter geworden und ich bin kritischer geworden. Es gab Fragen, die offen waren. Und ich habe immer ein sehr enges Verhältnis zu Gott gesucht. Und dieses enge Verhältnis zu Gott auch in Verbindung mit dem, was um mich herum passiert. Also die Frage, warum ist diese Welt so, wie sie ist, ist ja auch schwierig zu vereinbaren mit einem liebevollen Gott, dass kleine Kinder sterben müssen, dass es Kriege gibt und solche Dinge. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und diese Antwort habe ich in der katholischen Kirche nicht gefunden und habe mich zunächst mal einfach interessiert für andere Glaubensgemeinschaften. Und es war Zufall, dass ich einen Zeugen Jehovas kennengelernt habe und habe ihn gefragt, was glaubst du? Warum glaubst du das, was du glaubst? Und habe dann angefangen, mich einfach damit auseinanderzusetzen zunächst mal. Nun habt ihr ja einmal dieses Buch dabei. Also die Katholiken werfen den Protestanten vor, sie seien mit der Bibel verheiratet, trügender Dinge rum wie ein Herzschrittmacher. Aber ihr seid, glaube ich, dann noch ziemlich intensiver. Ganz sicher sind wir da intensiv. Und das ist auch gut, so aus meiner Sicht, weil was mich an Zeugen Jehovas begeistert hat, ist einfach die Tatsache, dass alles das, was geglaubt wird und das, was gelebt wird, auf die Bibel zurückzuführen ist. Das ist aus unserer Sicht was sehr Wichtiges, weil wir davon ausgehen und uns auch damit beschäftigt haben, dass das Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist. Also die Tatsache, dass ich diese Antworten in der Heiligen Schrift finde, ist ja was Bemerkenswertes. Ist das nicht schwierig, in einer Welt, wo man mit Kukreisen und Tui und wie die alle heißen, in einem Tag durch drei Religionen fliegen kann, in einer Welt, wo in einem Haus drei Religionen wohnen, Buddhisten in der ersten Etage, in der zweiten Etage, in der türkischen Familie und 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 sagen, ja, aber ich habe das Gefühl, meine Familie und so, wir haben das Richtige. Wissen Sie, ich denke, es ist auch wichtig, was ich jetzt auch in dieser Runde, wenn ich das so verfolgt habe, ganz selten gehört es einfach die Frage, wie sieht Gott das eigentlich? Zeugen Jehovas orientieren sich sehr stark an dem, was in der Heiligen Schrift steht, was wir über Gott und seine Gedanken erfahren, über Jesus Christus erfahren. Und Jesus Christus hat gesagt, es wird nicht so breite Wege geben, die zu ihm führen, sondern es wird einen schmalen Weg geben. Also diese Aussage bestärkt einen doch auch in der Tatsache, dass es wenig Menschen gibt, die irgendwo auch einen Weg zu Gott führen. Es gibt viele Wege, die von Gott wegführen, nach meiner Erfahrung, und nur wenig die hinführen. Jetzt muss ich mit diesem Mikrofon eine Beobachtung machen und ihr Rechnung tragen. Hier sitzen sechs Männer. Und das geht nicht. Deswegen verlagere ich jetzt den Schwerpunkt dieser Sendung zu den Frauen. Das scheint mir wichtig, auch weil du es angemahnt hast. Wir seien auf einer Stufe in der Entwicklung der Welt und der Menschheit, die aufhören muss, uns Männer und unsere Erfahrungen so wichtig zu nehmen. Ich muss mich jetzt mal als Mann mitnehmen. Ich würde mich jetzt gerne einer Identitätskrise unterziehen, um zu Ihnen zu kommen. Und darf ich Sie einmal bitten, mit mir zu tauschen, dass Sie, dann gehe ich nämlich zwischen meine Gäste und führe von hier die Sendung weiter. Erlebt man das als Männergespräch? Natürlich. Was ist an uns so... Also erstens mal, dass Sie in dieser geballten Macht hier sitzen. Das erinnert mich so entsetzlich an alle Debatten, die über Afghanistan und Kosovo gehalten wurden. Da saßen nur Männer im Fernsehen und die Frauen fanden nicht statt. Und wenn es auch bei Kirchensturm geht, zu entscheiden, dann sitzen da auch meistens Männer. Selbst wenn wir jetzt drei Bischöfinnen haben. Und die sitzen auch noch erhöht. Wunderbar. Okay, jetzt könnte ich sagen, ich konnte das Studio nicht ändern. Aber Sie hören, dass ich es empfinde. Ja. Ich höre, dass Sie es empfinden. Ich danke sogar mir selber auf den Knie, dass ich es gemerkt habe. In der Sendung merke ich auch einmal. Ich hätte es Ihnen gesagt. Ach du, habe ich gedacht. Ja. Aber okay, bin ich Ihnen zuvor gekommen. Nein. Was ist denn, wo Sie sagen, das nehme ich wahr. So nehme ich Politik wahr. So nehme ich Kirche wahr. So nehme ich Männer wahr. Die merken gar nicht oder merken es vielleicht zu spät, dass sie wieder alleine unterwegs sind. Also ich denke, aber vielleicht liegt das auch von der Art, wie Sie gefragt haben. Ich habe ganz viel mich selber, nicht mich als Person, sondern so, wie Sie geredet haben, ich war das Wichtigste, was da oben war. Gut, Sie haben auch so gefragt. Das habe ich nicht verstanden. Ich war das Wichtigste. Sie haben alle über sich selber geredet. Und über Ihren eigenen Weg und was für Sie wichtig ist. Ihre Grundfrage, was denn da mit der Kirche los ist, die ist gar nicht beantwortet worden. Und ich habe sie auch alle sehr stark auf der intellektuellen, auf der Kopfebene erlebt. Jetzt gehe ich da rüber und gucke, ob das dasselbe der Fall war. Sie haben ja ein Mikrofon, Sie können ja so reden. ich habe Ähnliches erlebt. Ich habe die ganze Runde sehr intellektuell erlebt, sehr strukturell. Es ging im Grunde darum, was ist die richtige, was ist die falsche Kirche, wo wollen wir uns hin orientieren. Mir hat die Beziehung gefilmt, ein ganzes Stück. Was ist jetzt mit Beziehung gemeint? Also zu erzählen von der Art und Weise, wo Kirche in meinem Leben wichtig war oder mich abgestoßen hat. Oder wo die anderen vorkommen, was mit der Gemeinschaft ist, die Gemeinschaft der Heiligen und Unheiligen, wie immer man das auch nennen mag. Was heißt es, in der Kirche miteinander unterwegs zu sein? Und das bedeutet, Sie haben beim Herrn Hülermann am Schluss gefragt, was heißt es, in einem Haus zu leben mit unterschiedlichen Leuten, da ging es so ein bisschen um die Beziehung. Was heißt es, in einer Familie zu leben, wenn der eine Zeuge Jehovas ist und der andere ist es nicht. Und was heißt es für den Herrn Konrad, ja für die ganze Familie, was heißt es, in der Gemeinde wieder zu leben? Da ist man ja nicht nur Klingelbeutelträger. Was heißt es für den Herrn Lehner auf einmal in der katholischen Kirche, seine Heimat wieder zu finden? Oder was könnte der Herr Thomas, glaube ich, heißen Sie, was könnten Sie, wo haben Sie dann Ihre Gemeinschaft? Ist es die Ätshilfe oder sind es die Freundeskreise? Ich denke, dass jeder Mensch die Gemeinschaft braucht. Und das ist das, was auch die Frauen in die Kirche mehr eintragen. Das ist meine Erfahrung, dass wir Frauen viel mehr von der Beziehung her denken, von der Gemeinschaft, von den Geschichten her. Und hier sitzen auch ganz viele Frauen und weniger Männer. Frauen sind das Fußvolk. Noch immer. Ob evangelisch oder katholisch. Ich schweige. Also ich kann nur sagen, für mich ist Kirche auch immer eine Organisation, in der es um soziale Gerechtigkeit geht. Die Liebe Gottes ist nicht nur etwas, was mich in meiner Seele berührt, sondern was auch etwas damit zu tun hat, wie mein Leben läuft. Meine Verantwortung für die Gesellschaft. Das ist für mich ganz wichtig in der Kirche. Das, was Roger Schütz mal gesagt hat, der Frio von Taizé, Kampf und Kontemplation. Bei Ihnen habe ich jetzt erstaunlich allerdings von den Männerhunden in der Hauptsache Kontemplation erlebt. Aber dass Kirche auch etwas ist, was den Menschen hilft, was in die Krankenhäuser hineingeht, was in der dritten Welt etwas tut, das kam jetzt hier alles überhaupt nicht vor. Und für mich ist Kirche noch immer der Ort, wo ich diese Form des Ringens um soziale Gerechtigkeit ein kleines bisschen finde, was in unserer Gesellschaft so gar nicht mehr vorhanden ist. Da habe ich vorhin mal den Peter Horten gehört, der hat gesagt, um Gottes Willen, ich kann mir eine Welt ohne Kirchens nicht vorstellen, sonst würde die in einem Schlachthaus enden, hat er gesagt. Also das blitzte manchmal so auf. Ich als Mann, sage mal, was ich auch wahrgenommen habe, warum auch immer die Redaktion diese Runde zusammengestellt hat, heißt doch auch, da sind Männer eben nicht in der Gemeinschaft aufgehoben worden. Das heißt, wenn wir uns überlegen, warum sind wir runtergegangen, warum sind wir auf den untersten Stufen der gesellschaftlichen Anerkennung, das ist Fakt, weil wir es offenbar nicht verstanden haben, Gemeinschaften spirituellen Charakters aufzubauen, sondern jeder sitzt da und hat eine Ausstoßgeschichte und keine Integrationsgeschichte. Und das ist nicht Zufall. Und jetzt ist doch die nächste Frage eigentlich, die wir in den nächsten Minuten noch beantworten müssten, wie kriegen wir es hin, tatsächlich klar zu machen, dass nur der Mensch glücklich wird und alt, der zu einem gehört. Amerikanische Untersuchungen sagen, die ältesten Menschen und die glücklichsten Menschen, die es gibt, sind religiöse Menschen, die gehören zu einer Kirche. Das will das deutsche Volk nicht wahrhaben. Und warum machen wir das nicht klar, dass der Mensch nur glücklich und alt wird, wenn er sich um solche religiösen Gemeinschaften bemüht? Hören Sie irgendwo zu? Darf ich Sie fragen? Ja, ich bin Katholikin, aber ich denke also, wenn das hier wichtig ist, dass die Religion, der mir angehört, vielleicht nicht so wichtig ist, also ob Katholik oder Buddhismus oder ob das ein Zeuge Jehovas ist. Also ich versuche von mir aus, jeden Menschen zu akzeptieren mit seiner Religion. Und ich denke, es geht in der Familie schon los, Vorbild zu sein für das Kind, lebe ich an guten Menschen vor, denke, ist das Kind, lebt es irgendwo nach. Und ich denke, das ist das Wichtigste, das man vermitteln kann, die Liebe. Ich habe eine kleine Zusatzfrage. Haben Sie eine Familie? Ich bin geschieden und habe einen Sohn. Ja, also ich frage so etwas indigniert, weil das, glaube ich, in die unsere Richtung geht. Nämlich, manchmal kann man ja auch unter der Familie leiden, weil man eine im Herzen trägt, die noch vollständig ist. Ja. Ja? Aber dass man eine Sehnsucht hat nach Familie und Zugehörigkeit, das ist ja auch eine, auch wenn man sie nicht sehen kann. Und dann müssten wir sagen, Familien zu pflegen ist gesund und gut. Denke ich auch. Und wir versuchen das. Würde das das Ähnliche für Kirchens auch zutreffen? Also eine größere Gemeinschaft zu pflegen, als eine Familie ist, ist gut und gesund. Was meinen Sie? Ich finde dieses Bild wunderschön. Wenn wir Kirche als Familie sehen, hieße das aber, dass jeder Mensch an seinem Platz gleichwertig ist. Und dass es ganz egal ist, welches Familienmitglied man ist und ob man alt oder jung, schwul oder lesbisch oder heterosexuell ist, dann ist das wirklich vollkommen egal. Und solange wir als Kirche noch nicht verstanden haben, dass eine Familie auch bedeutet, das ist eine Gleichwertigkeit und die Strukturen uns wichtiger sind als die Menschen und die Liebe und ich denke auch die Gerechtigkeit und die Hoffnung, ich würde das schon noch dazu rechnen, Liebe kann nur mit Gerechtigkeit verbunden und mit der Weltverantwortung verstanden werden. Solange das nicht so wichtig ist und die Finanzen uns wichtiger sind und unsere Besitzstandswahrung kann irgendwas nicht mehr richtig sein. Und solange wir Menschen abhängig halten. In einer Familie funktioniert das nur gut, wenn ich ein Kind auch freigebe, das heißt unabhängig halte. Und das ist auch meine große Kritik an den Sekten. Denn ich denke, es ist notwendig, im Grunde zu überlegen, ob eine Gemeinschaft, eine religiöse Gemeinschaft einem Menschen ermöglicht, unabhängig und frei zu entscheiden, was er tun möchte oder ob doch ein dirigistischer, eine Abhängigkeitsstruktur, ein psychischer Druck da ist, der das verhindert. Und das habe ich in meiner Arbeit leider oft erleben müssen. Wenn ich Ihnen etwas zurückgeben darf. Ja, bitte. Sie haben mehr Fremdwörter gebraucht als alle Männer da oben zusammen. Das heißt, wir haben offenbar in unserer männlichen Kultur auch abgefärbt, wenn man das kritisch... Dass die Frauen, die wir in einer männlichen Kultur, auch in einer kirchen- oder politischen Kultur endlich gelernt haben, zu akzeptieren, die sprechen auf einmal unsere Sprache, unsere Männersprache. Vielleicht werden wir anders nicht gehört. In dieser Männersprache. Ihr müsst ja auch diese komischen Uniformen anziehen, diese schwarzen Mäntel oder sonst was. Das ist alles Männerkleidung. Wie ist es mir, Herr Konrad? Sie wollen die ganze Zeit mitreden. Sie trauen sich wieder. Ja, wir sind so ein bisschen verschreckt, verstummt jetzt hier. Ich wusste nicht, ob wir noch mitreden dürfen. Dann müssen Sie runterkommen. Schön, wenn. Nein, ich würde natürlich unterstreichen, was Frau Kittelberger gesagt hat, dass die Geborgenheit sehr wichtig ist. Das ist das, weshalb ich die Kirche als Heimat empfunden habe, als ich dann wieder zurück war. Diese Gemeinschaft, dass man mit Menschen zusammen ist, die die gleichen Grundüberzeugungen haben und mit denen gemeinsam hört, singt, betet und so weiter. Und das ist das Entscheidende, finde ich, in der Kirche. Das ist das Unsichtbare in der Kirche. Diese inneren Bindungen zu anderen Menschen. Dass man nicht auf sich selbst zurückgeworfen ist, in dem, was man glaubt und morgen vielleicht nicht mehr glaubt, sondern dass man in einer Gemeinschaft ist mit anderen Menschen, die das ähnlich empfinden und ähnlich sehen. Das ist das Entscheidende. Und das, was wir als Kirche bezeichnen, ist ja eigentlich nur die äußere Hülle und die Organisationsform, die wichtig ist, damit das Unsichtbare stattfinden kann, sich zusammenfinden kann. Aber das ist wirklich nur das Außensichtbare. Und für mich persönlich ist es relativ unwichtig, ob das nun in der Gesellschaft stark akzeptiert wird oder nicht so stark akzeptiert wird. Das sind vielleicht auch historische Entwicklungen, die sich auch wieder ändern können. Entscheidend ist das, was in der Kirche geschieht zwischen den Menschen. Und da sieht es gar nicht so schlecht aus, meiner Erfahrung nach, wie man annehmen könnte, wenn man Statistiken sieht. Mich macht etwas nachdenklich. Diese Männer haben nicht von Gerechtigkeit gesprochen. Diese Frauen sprechen beide von Gerechtigkeit. Die Kirchen, denen wir zugehörig sind, so oder so, distanziert oder nahe, sprechen oft von Gerechtigkeit. Sprechen nach meinem Dafürhalten mehr von Gerechtigkeit als von diesen göttlichen Dingen. Und deswegen sage ich einmal als These, ich habe dauernd von Gerechtigkeit gesprochen, aber das andere vernachlässigt. Also dieses Unsichtbare, dieses Göttliche, also dieses Beten. Dauernd hat mir Kirchens gesagt, katholisch, evangelisch, ganz egal, was ich machen muss und was ich nicht darf, ob ich Kinder klonen darf oder nicht darf, ob ich heiraten darf oder nicht darf, ob ich Männer lieben darf oder nicht darf. Dauernd haben sie von Gerechtigkeit gesprochen. Und der Künstler, der im Augenblick am meisten Erfolg hat in Deutschland, Herr Grönemeyer singt ein Lied, da sagt er, es gibt keine. Das Leben ist so unfair, so ungerecht. Und die Menschen stehen da und klatschen, weil das die Erfahrung der Leute ist. Und deswegen von Peter Horten, letztes Wort von mir, habe ich gelernt, man muss mit den Dingen fertig werden, die ungerecht sind. Und man muss lernen, die anzunehmen. Krankheit ist ungerecht. Gerechtigkeit gehört zur Liebe als ein Bestandteil wie die Nässe zum Wasser. Und vielleicht werden wir einmal eine Kanzlerin haben, die auch bei ihrem Amtsschur wieder hinzufügt, was weggefallen ist, so wahr mir Gott helfe. Das wird nicht gut von Ihnen. Ich komme zurück. Ich hätte natürlich auch die Sendung unten beenden können, meine Damen und Herren, vielleicht bin ich zu konservativ, dass ich sage, ich muss es von hier beenden, will an meiner Reformfähigkeit noch ein bisschen feilen. Ich möchte mich hier von Ihnen verabschieden. Bedanken darf ich mich bei den Frauen und bei den Männern. Vielleicht haben wir ein Stück wirklich voneinander lernen können. Für mich ist die Geschichte so, ich erlebe mich als ein Mensch, der aufgebrochen ist aus einer ganz bestimmten Heimat. Bei Ihnen in der Oberstein, bei mir ist es bergisches Land. Dann haben wir uns aufgemacht, vieles zu verstehen, sind unserer Heimat auch fremd geworden. Aber an der entferntesten Stelle unseres Lebens, sozusagen am äußersten Meer, gibt es nur eine einzige Richtung, wo es weitergeht, wenn Sie um die Erde gehen und an der entferntesten Stelle sind. Es geht immer nach Hause. Und wenn man auf dem Weg ist nach Hause, dann will man selber geändert, zum Guten geändert ankommen und will auch, dass die Heimat sich geändert hat, zum Guten hin. Das ist meine Sehnsucht. Vielleicht ist das auch Ihre. Wir könnten uns treffen. Passen Sie gut aus sich auf. Ich gehe doch nicht in eine Kirche, wo die mich gar nicht mögen, wo die mich nicht lieben und meine Liebe. Stefan Thomas, willkommen. Sie sind aus der Kirche ausgetreten? Ja. In diesem Jahr? Im letzten Jahr? Im November 2002. Und warum? Ausschlaggebende Punkt war eigentlich dann, als ich eben die Steuererklärung machte, als ich jetzt die Einstufung bekam für 2001. Ich bin selbstständig. Und dann für 2002 die Nachzahlung und gleich die Einstufung eben für 2003. Und das war eigentlich dann der Punkt, das waren doch etliche, ja, 1000 Euro, die ich dann zahlen muss oder auch in Zukunft zahlen werde. Eigentlich eine Institution beziehungsweise an die Kirche oder katholische Kirche, die mich in meiner Lebensweise eigentlich nicht akzeptiert, da ich seit Jahren mit einem Freund zusammenlebe. Ja. Und eben katholische Kirche ist ja da nicht so eingestellt, jetzt eben, oder es wird nicht zu akzeptieren, denn ich, wie ich eigentlich seit Jahren lebe. Ich kriege zwei Sachen. Ausschlaggebende sozusagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, das war die Steuererklärung. Ging ein paar tausend Euro. Und das Zweite ist, warum soll ich denen Tausende von Euros geben, von mir, wenn die mich eigentlich nicht mögen? Denn offenbar sind sie homosexuell begabt. Ich sage immer begabt. Ja, genau. Denn welche Form von Liebe man lieben kann, ist eine Begabung. Und dann sagen sie, warum soll ich es in einer Institution, aber welche Erfahrungen haben sie denn gemacht, wenn man schwul ist, oder wenn man homosexuell ist in der Kirche? Sind sie da wirklich mal draußen vorgehalten worden, oder ist das so eine, der Papst ist gegen mich, oder die Bischöfe, haben sie da Erfahrungen gemacht? Ja, es war so, dass ich 1994 meinen damaligen Freund bei einem Verkehrsunfall verloren habe. Also der ist tödlich verunglückt. Und ich habe da schon so ein bisschen Bezug zur Kirche gesucht, muss man ganz ehrlich sagen. Das war am Chiemsee, da war auch die Beerdigung, und dann habe ich auch versucht, mit dem Pfarrer in Kontakt zu treten und einfach mich eigentlich auch zu outen, dass ich eigentlich dieser Person doch sehr nahe stand und nicht irgendein Freund bin. Da war ich eigentlich mehr vor verschlossenen Toren gestanden. Also es wurde immer heruntergespielt, ja, es ist halt wahrscheinlich ein Freund gewesen, oder den ich hier verloren habe, oder es wurde eigentlich nicht ernst genommen, dass das eigentlich mein Lebensgefährte war, mit dem ich auch seit ein paar Jahren schon zusammengewohnt habe. Die Trauer spüre ich immer noch. Ja, das ist richtig, ja. Also Ihre Stimme fängt dann an zu schwanken und sagen, ich war doch der Ehemann dieses Mannes, wenn man so will. Und in dem Augenblick, wo man sich doch versprochen hat, zusammen zu bleiben, ist das der Tod euch scheide. Genau da sagt die Institution, mit dir wollen wir in diesem Augenblick nichts zu tun haben. Das ist eine Wunde fürs Leben. Ich würde das schon noch dazu rechnen. Liebe kann nur mit Gerechtigkeit verbunden und mit der Weltverantwortung verstanden werden. Solange das nicht so wichtig ist und die Finanzen uns wichtiger sind und unsere Besitzstandswahrung, kann irgendwas nicht mehr richtig sein. Und solange wir Menschen abhängig halten. In einer Familie funktioniert das nur gut, wenn ich ein Kind auch freigebe, das heißt unabhängig halte. Und das ist auch meine große Kritik an den Sekten. Denn ich denke, es ist notwendig, im Grunde zu überlegen, ob eine Gemeinschaft, eine religiöse Gemeinschaft, einem Menschen ermöglicht, unabhängig und frei zu entscheiden, was er tun möchte, oder ob doch ein dirigistischer, ein Abhängigkeitsstruktur, ein psychischer Druck da ist, der das verhindert. Und das habe ich in meiner Arbeit leider oft erleben müssen. Wenn ich Ihnen etwas zurückgeben darf. Ja, bitte. Sie haben mehr Fremdwörter gebraucht als alle Männer da oben zusammen. Das heißt, wir haben offenbar in unserer männlichen Kultur auch abgefärbt, wenn man das kritisch... In Frankfurt, ja. Dass die Frauen, die wir in einer männlichen Kultur, auch in einer kirchen- oder politischen Kultur endlich gelernt haben zu akzeptieren, die sprechen auf einmal unsere Sprache, unsere Männersprache. Vielleicht werden wir anders nicht gehört in dieser Melodie. Ja, ihr müsst ja auch diese komischen Uniformen anziehen, diese schwarzen Mäntel oder sonst was. Es sind alles Männerkleidung. Wie ist es mir, Herr Konrad? Sie wollen die ganze Zeit mitreden. Sie trauen sich wieder. Ja, wir sind so ein bisschen verschreckt, verstummt jetzt hier. Ich wusste nicht, ob wir noch mitreden dürfen. Dann müssen Sie runterkommen. Schön, wenn. Nein, ich würde natürlich unterstreichen, was Frau Kittelberger gesagt hat, dass die Geborgenheit sehr wichtig ist. Das ist das, weshalb ich die Kirche als Heimat empfunden habe, als ich dann wieder zurück war. Diese Gemeinschaft, dass man mit Menschen zusammen ist, die die gleichen Grundüberzeugungen haben und mit denen gemeinsam hört, singt, betet und so weiter. Und das ist das Entscheidende, finde ich, in der Kirche. Das ist das Unsichtbare in der Kirche. Diese inneren Bindungen zu anderen Menschen. Dass man nicht auf sich selbst zurückgeworfen ist, in dem, was man glaubt und morgen vielleicht nicht mehr glaubt, sondern dass man in einer Gemeinschaft ist mit anderen Menschen, die das ähnlich empfinden und ähnlich sehen. Das ist das Entscheidende. Und das, was wir als Kirche bezeichnen, ist ja eigentlich nur die äußere Hülle und die Organisationsform, die wichtig ist, damit das Unsichtbare stattfinden kann, sich zusammenfinden kann. Aber das ist wirklich nur das Außensichtbare. Und für mich persönlich ist es relativ unwichtig, ob das nun in der Gesellschaft stark akzeptiert wird oder nicht so stark akzeptiert wird. Das sind vielleicht auch historische Entwicklungen, die sich auch wieder ändern können. Entscheidend ist das, was in der Kirche geschieht zwischen den Menschen. Und da sieht es gar nicht so schlecht aus, meiner Erfahrung nach, wie man annehmen könnte, wenn man Statistiken sieht. Mich macht etwas nachdenklich. Diese Männer haben nicht von Gerechtigkeit gesprochen? Nicht so bewusst zunächst. Aber wenn ich daran zurückdenke, ist es tatsächlich so, dass ich als dann nach diesen vielen Umwegen der Gedanke kam, eigentlich war ich doch mal evangelisch. Das war vorher so fern für mich. Und dann kam der Entschluss, mich mit der evangelischen Kirche wieder zu beschäftigen und wieder einzutreten. Da hatte ich tatsächlich das Gefühl, heimgekommen zu sein. Ist es das? Sind wir alle auf der Rückreise? Also innerlich? Also sind wir dann nur glücklich, wenn wir aufarbeiten, wo wir herkommen, dass wir auch dahin zurückfinden? Dann hat er ein Problem. Wichtig ist, dass wir das in unser Herz zurücknehmen, was wir einmal ausgeschlossen haben. Das kann auch die physische Heimat sein. Und in diesem Fall ist es so, dass ein Mensch einem anderen Menschenliebe zuwendet und dass er seine Form hat, die nicht nur respektiert oder gar toleriert, weil Toleranz, der Begriff Toleranz ist missbraucht. Für mich ist er in vielen Fällen ein Kreditrahmen für eigene Lumpereien. Weil je toleranter ich bin, desto größer ist der Rahmen auch für das, was ich selbst falsch machen darf. Ich habe viele Menschen mit ihrer Begabung, wenn ich das übernehmen darf, kennengelernt, die eine so unglaubliche Harmonie ausgestrahlt haben. Viele meiner wirklich guten Freunde zählen auch dazu. Und ich unterscheide das nicht prinzipiell, dass man sagt, das ist besser oder das ist schlechter. Wichtig ist, dass wir ein Miteinander finden, ein neues und dazu gibt es viele Wege. Es gibt nicht einen Weg, sonst wäre die Welt nicht ausgedehnt. Wenn es nur einen Weg gibt, dann gibt es zwischen zwei Punkten eine ganz schmale Verbindung, wo ich nicht einmal mehr atmen kann. Und das ist die Gnade, dass wir Wege haben. Aber wenn der Philosoph, ich sage das mal, nach Idar-Oberstein zurück will, innerlich, in seiner Heimat, wenn Religion was zu tun hat mit Heimat, mit Heimat, Geborgerheit finden, wo man nicht gemessen wird, wo man dazugehört, wo man nichts leisten muss, wo die Mutter einem das Essen auf den Tisch gibt, obwohl du nichts geleistet hast, wo die Sonne aufgegangen ist, obwohl man noch nichts konnte, dann hat er doch ein Problem. Er ist römisch-katholisch erzogen. Und seine Heimat, so habe ich Sie verstanden, sagt, wir wollen dich so nicht. Wo wird er seine Heimat finden? Er wird, ja, du unterstellst ja, dass die Heimat die Kirche ist für ihn, das ist es ja nicht. Das hat er ja erkannt, dass es das nicht ist, dass er da nicht zu Hause ist, dass das eine Wahrheit ist, die Sie, lieber Herr Stephan, nicht leben können. Und deswegen ist das für mich nicht ein Problem, nicht das. Das ist ja auch der Punkt, dass ich mich eben eigentlich bei der katholischen Kirche verstecken muss, letztendlich. Ich habe es nie bei meinen Eltern gemacht, nie in meinem ganzen bekannten Verwandtenkreis. Also ich habe schon immer sehr offen gelebt. Ich habe in der Firma keine Probleme. Ich habe auch meine Mitarbeiter in den Lauf. Es ist ein, es gibt hier nichts zu verstecken und das wollte ich nie, ich will es nie, ich will es auch mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das und ich will, dass das eigentlich offen, jeder weiß, was ich mich von keinem verstecke. In der abendländischen Tradition und Kirche ist was sehr hohes, sehr frommes, während so die ganzen amerikanischen Gospels und fundamentalistischen Religionen einfach viel mehr vom Herzen her kommen. Amerikaner haben ein unmittelbares Verhältnis zum Herzen. Ja, da finde ich aber Peter Horten besser, der da gesagt, Herz, Augen, da gibt es was zu entdecken. Das ist richtig und ich denke, zugleich gibt es bei uns ganz viele Skeptiker, die sofort sagen würden, wenn es nur die Liebe ist, ist es ja ganz einfach. Das muss ja viel mehr sein. Also unser Intellekt ist zum Teil dann so, dass es sich sehr schnell einschaltet und wir es einfach nicht schaffen, auch mal eine einfache Botschaft als wertvoll und wichtig zu sehen. Die Indianer haben mir in einer Sendung gesagt, Gedanken seien Würmer, die würden sich durch den Kopf hüllen. Ja. Ja, also das ist, das Herz säße tiefer als der Kopf, haben die Indianer mir mal beigebracht. Oder ich sage, guck mal, wir Kirchenleute sagen den Leuten immer, wo es lang geht. Aber wir fragen ihnen nicht, wo gehst du lang? Das ist, ich denke, Ja, also unsere Kernkompetenz heißt doch Seelsorge, Seelsorge, Seelsorge. Und nicht zu sagen, wo es lang geht. Ich verstehe das nicht. Wobei, also ich denke, so einfach ist es auch wieder nicht. Denn Menschen wünschen sich... Ach vorhin, durfte es mal einfach sein. Jetzt durfte es wieder nicht einfach sein. Menschen wünschen sich ja zugleich auch, dass sie geführt werden, ein Stück weit. Zumindest, dass sie ein Geländer kriegen. Aber das Geländer soll so viel Freiheit lassen, dass ich nicht in Abhängigkeit gerade, sondern dass ich mich selbstverantwortlich entscheiden kann. Also ich denke, Normen, so wie die zehn Gebote, die ja, denke ich, unumstritten sind, sind ja notwendig und wichtig. Aber wie ich die auswege und ob ich einen Menschen dann dazu verbiege, dass er jetzt in ganz bestimmter Art und Weise reagiert oder nicht, das wäre der Unterschied. Also für mich gehört ganz deutlich dazu, auch die Freiheit zu lassen, einem Menschen zu sagen, du kannst dich entscheiden, wie immer du das für dich leben möchtest. Die Selbstverantwortung ist ein hohes protestantisches Gut. Ich denke, das unterscheidet uns, jetzt spreche ich als evangelische Pfarrerin ganz bewusst, von vielen, also vom katholischen Glauben auch, wo das doch mal eine ganz andere Rolle und Funktion hat. Es wird Zeit, dass wir weniger darauf gucken, was uns unterscheidet, sage ich mal, als auf das, was uns eint. Mal gucken, ob wir das finden. Mit dem nächsten Gast beispielsweise. Es ist ja auch oft so, bevor wir diskutieren können, das kommen wir am Ende der Sendung sicherlich, es ist ja auch oft so, dass ein Mensch einen Erfahrungsweg geht und wahrscheinlich muss er 30, 40 Jahre alt werden, um die Erfahrung des verlorenen Sohns zu machen, zu sagen, wo komme ich eigentlich her, muss ich mich nicht im Laufe meines Lebens viel mehr um meine Wurzeln kümmern, nicht nur um Vater und Mutter, sondern auch um Himmel und Erde. Und deswegen habe ich Dr. Michael Konrad eingeladen, der hat alles erlebt und gesagt, ich war aus der Kirche weg, jetzt bin ich wieder da. Was hat ihn dazu veranlasst? Willkommen Herr Konrad. Sie sind doch Philosoph, Dr. Konrad, also so ein Denkfachmann. Und die Philosophie war doch immer so eine Konkurrenz zu Kirchens. Wir denken uns mit Weisheit. Und Jesus Christus hat gesagt, es wird nicht so breite Wege geben, die zu ihm führen, sondern es wird einen schmalen Weg geben. Also diese Aussage bestärkt einen doch auch in der Tatsache, dass es wenig Menschen gibt, die irgendwo auch einen Weg zu Gott führen. Es gibt viele Wege, die von Gott wegführen, nach meiner Erfahrung, und nur wenig die hinführen. Jetzt muss ich mit diesem Mikrofon eine Beobachtung machen und ihr Rechnung tragen. Hier sitzen sechs Männer. Und das geht nicht. Deswegen verlagere ich jetzt den Schwerpunkt dieser Sendung zu den Frauen. Das scheint mir wichtig, auch weil du es angemahnt hast. Wir seien auf einer Stufe in der Entwicklung der Welt und der Menschheit, die aufhören muss, uns Männer und unsere Erfahrungen so wichtig zu nehmen. Ich muss mich jetzt mal als Mann mitnehmen. Ich würde mich jetzt gerne einer Identitätskrise unterziehen, um zu Ihnen zu kommen. Und darf ich Sie einmal bitten, mit mir zu tauschen, dann gehe ich nämlich zwischen meine Gäste und führe von hier die Sendung weiter. Erlebt man das als Männergespräch? Natürlich. Was ist an uns so... Also erstens mal, dass Sie in dieser geballten Macht hier sitzen, das erinnert mich so entsetzlich an alle Debatten, die über Afghanistan und Kosovo gehalten wurden. Da saßen nur Männer im Fernsehen und die Frauen fanden nicht statt. Und wenn es auch bei Kirchens drum geht zu entscheiden, dann sitzen da auch meistens Männer. Selbst wenn wir jetzt drei Bischöfinnen haben. Und die sitzen auch noch erhöht. Wunderbar. Na, okay, jetzt könnte ich sagen, ich konnte das Studio nicht ändern. Aber Sie hören, dass ich es empfinde. Ja. Ich höre, dass Sie es empfinden. Ich danke sogar mir selber auf den Knie, dass ich es gemerkt habe. In der Sendung merke ich ja einmal. Ich hätte es Ihnen gesagt. Ach du, habe ich gedacht. Ja. Aber okay, bin ich Ihnen zuvor gekommen. Nein. Was ist denn, wo Sie sagen, das nehme ich wahr? So nehme ich Politik wahr. So nehme ich Kirche wahr. So nehme ich Männer wahr. Die merken gar nicht oder merken es vielleicht zu spät, dass sie wieder alleine unterwegs sind. Also ich denke, aber vielleicht liegt das auch an der Art, wie Sie gefragt haben. Ich habe ganz viel mich selber, nicht mich als Person, sondern so wie Sie geredet haben, ich war das Wichtigste, was da oben war. Gut, Sie haben auch so gefragt. Das habe ich nicht verstanden, ich war das Wichtigste. Sie haben alle über sich selber geredet. Ja, ja. Und über Ihren eigenen Weg und was für Sie wichtig ist. Ihre Grundfrage, was denn da mit der Kirche los ist, die ist gar nicht beantwortet worden. Und ich habe sie auch alle sehr stark auf der intellektuellen, auf der Kopfebene erlebt. Jetzt gehe ich da rüber und gucke, ob das dasselbe der Fall war. Sie haben ja ein Mikrofon, Sie können ja so reden. Ja, ich habe Ähnliches erlebt. Ich habe die ganze Runde sehr intellektuell erlebt, sehr strukturell. Es ging im Grunde darum, was ist die richtige, was ist die falsche Kirche, wo wollen wir uns hin orientieren. Mir hat die Beziehung gefilmt, ein ganzes Stück. Was ist jetzt mit Beziehung gemeint? Also zu erzählen von der Art und Weise, wo Kirche in meinem Leben wichtig war oder mich ab... Bei den Gospelsgeschichten, da haben Sie doch was ganz anders erlebt. Warum können die Leute in den USA das? Die sind ja nicht weniger modern oder nicht weniger doof wie wir und trotzdem klappt das da. Warum klappt das bei uns nicht? Ich denke, der Unterschied zwischen uns und den Amerikanern ist, wir haben ein anderes Verhältnis zur Religion. Ich denke, wir in Mitteleuropa sind einfach sehr traditionell geprägt von der abendländischen Tradition und Kirche ist was sehr Hohes, sehr Frommes, während so die ganzen amerikanischen Gospels und fundamentalistischen Religionen einfach viel mehr vom Herzen her kommen. Amerikaner haben ein unmittelbares Verhältnis zum Herzen. Ja, da finde ich aber Peter Horten besser. Der hat gesagt, Herz, Augen, da gibt es was zu entdecken. Das ist richtig und ich denke, zugleich gibt es bei uns ganz viele Skeptiker, die sofort sagen würden, wenn es nur die Liebe ist, ist es ja ganz einfach. Das muss ja viel mehr sein. Also unser Intellekt ist zum Teil dann so, dass es sich sehr schnell einschaltet und wir es einfach nicht schaffen, auch mal eine einfache Botschaft als wertvoll und wichtig zu sehen. Die Indianer haben mir in einer Sendung gesagt, Gedanken seien Würmer, die würden sich durch den Kopf hüllen. Ja, also das Herz säße tiefer als der Kopf, haben die Indianer mir immer beigebracht. Oder ich sage, guckt mal, wir Kirchenleute sagen den Leuten immer, wo es lang geht. Aber wir fragen ihnen nicht, wo gehst du lang? Das ist, ich denke, das ist... Ja, also unsere Kernkompetenz heißt doch Seelsorge, Seelsorge, Seelsorge. Und nicht zu sagen, wo es lang geht. Ich verstehe das nicht. Wobei, also ich denke, so einfach ist es auch wieder nicht. Denn Menschen... Ach vorhin, durfte es mal einfach sein. Jetzt durfte es wieder nicht einfach sein. Ja, aber Menschen wünschen sich ja zugleich auch, dass sie geführt werden, ein Stück weit. Zumindest, dass sie ein Geländer kriegen. Aber das Geländer soll so viel Freiheit lassen, dass ich nicht in Abhängigkeit gerate, sondern dass ich mich selbst verantwortlich entscheiden kann. Also ich denke, Normen, so wie die zehn Gebote, die ja, denke ich, unumstritten sind, sind ja notwendig und wichtig. Aber wie ich die auswege und ob ich einen Menschen dann dazu verbiege, dass er jetzt in ganz bestimmter Art und Weise reagiert oder nicht, das wäre der Unterschied. Also für mich gehört ganz deutlich dazu, auch die Freiheit zu lassen, einem Menschen zu sagen, du kannst dich entscheiden, wie immer du das für dich leben möchtest. Die Selbstverantwortung ist ein hohes protestantisches Gut. Ich denke, das unterscheidet uns, das spreche ich als evangelische Pfarrerin ganz bewusst, von vielen, also vom katholischen Glauben auch, wo das doch mal eine ganz andere Rolle und Funktion hat. Es wird Zeit, dass wir weniger darauf gucken, was uns unterscheidet, sage ich mal, als auf das, was uns eint. Mal gucken, ob wir das finden, mit dem nächsten Gast beispielsweise. Es ist ja auch oft so, bevor wir diskutieren können, das kommen wir am Ende der Sendung sicherlich, es ist ja auch oft so, dass ein Mensch einen Erfahrungsweg geht und wahrscheinlich muss er 30, 40 Jahre alt werden, um die Erfahrung des verlorenen Sohns zu machen, zu sagen, wo komme ich eigentlich her, muss ich mich nicht im Laufe meines Lebens viel mehr um meine Wurzeln kümmern, nicht nur um Vater und Mutter, sondern auch um Himmel und Erde. Und deswegen habe ich Dr. Michael Konrad eingeladen, der hat alles erlebt und gesagt, ich war aus der Kirche weg, jetzt bin ich wieder da. ... oder gar toleriert, weil Toleranz, der Begriff Toleranz ist missbraucht, für mich ist er in vielen Fällen ein Kreditrahmen für eigene Lumpereien, weil je toleranter ich bin, desto größer ist der Rahmen auch für das, was ich selbst falsch machen darf. Ich habe viele Menschen mit ihrer Begabung, wenn ich das übernehmen darf, kennengelernt, die eine so unglaubliche Harmonie ausgestrahlt haben. Viele meiner wirklich guten Freunde zählen auch dazu und ich unterscheide das nicht prinzipiell, dass man sagt, das ist besser oder das ist schlechter. Wichtig ist, dass wir ein Miteinander finden, ein Neues und dazu gibt es viele Wege. Es gibt nicht einen Weg, sonst wäre die Welt nicht ausgedehnt. Wenn es nur einen Weg gibt, dann gibt es zwischen zwei Punkten eine ganz schmale Verbindung, wo ich nicht einmal mehr atmen kann. Und das ist die Gnade, dass wir Wege haben. Wenn der Philosoph, ich sage das mal, nach Idar-Oberstein zurück will, innerlich, in seiner Heimat, wenn eine Religion was zu tun hat mit Heimat, mit Heimat, Geborgenheit finden, wo man nicht gemessen wird, wo man dazugehört, wo man nichts leisten muss, wo die Mutter einem das Essen auf den Tisch gibt, obwohl du nichts geleistet hast, wo die Sonne aufgegangen ist, obwohl man noch nichts konnte, dann hat er doch ein Problem. Er ist römisch-katholisch erzogen. Und seine Heimat, so habe ich sie verstanden, sagt, wir wollen dich so nicht. Wo wird er seine Heimat finden? Ja, du unterstellst ja, dass die Heimat die Kirche ist für ihn. Das ist es ja nicht. Das hat er ja erkannt, dass es das nicht ist, dass er da nicht zu Hause ist. Dass das eine Wahrheit ist, die Sie, lieber Herr Stephan, nicht leben können. Und deswegen ist das für mich nicht ein Problem. Nicht das. Der Punkt, dass ich mich eben eigentlich bei der katholischen Kirche verstecken muss, letztendlich. Ich habe es nie bei meinen Eltern gemacht, nie in meinem ganzen bekannten Verwandtenkreis. Ich habe schon immer sehr offen gelebt. Ich habe in der Firma keine Probleme. Ich habe auch meine Mitarbeiter in den Lauf. Es gibt hier nichts zu verstecken und das wollte ich nie. Ich will es nie. Ich will es auch mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das. Und ich will, dass das eigentlich offen jeder weiß, dass ich mich vor keinem verstecken muss. Und trotzdem spüre ich die Erschütterung, die es da gibt, dass sie diesen Mut immer braucht und sagen, ich will es, ich bin es, ich will es, ich bin es. Und dass es offenbar drumherum eine Atmosphäre gab, die das von ihnen verlangte. Ich will es, ich bin es zu sagen. Wer von uns muss das dann sagen? Meine Damen und Herren, es gibt auch Menschen, die zur Kirche gehört haben, katholisch, evangelisch, ganz egal, die gesagt haben, es ist uns nicht verbindlich genug. Das kam gerade mal von ihnen auch. Und die aus dieser Not heraus gesagt haben, wir wollen etwas Verbindlicheres in unserem Leben haben. Wir versuchen es mal mit einer engeren Glaubensgemeinschaft, mit einer Sekte vielleicht, mit den Zeugen Jehovas. Markus Hünermann ist Zeuge Jehovas. Herzlich willkommen. Eine Kopie kostet 9 Pfennig und da habe ich 18 Pfennig da. So genau. Ja, also ich habe da etwas geschludert, muss ich sagen. Aber normalerweise gibt man eben Rechenschaft. Aber das Leben ist sehr transparent. Was ist das Ziel solcher harten, soll ich sagen, Gehirnwäsche oder Körperwäsche oder Reinheit ist natürlich auch ein religiöses Ziel, keine Frage. Also wo wollen die sie hinhaben mit solchen Regeln? Also die Regeln darf man jetzt vielleicht nicht übertrieben bewerten. Im Kern sollen sie dazu dienen, eigentlich die Hingabe, das Gebetsleben irgendwo zu fördern. In dem Moment, wo die Regeln überhand nehmen oder auch eine gewisse Skrupulität bei den Leuten auslösen, sind sie eigentlich unsinnig. Nun sagen wir ja, es gibt solche Sekten aus Amerika, da muss man immer hin und Rechenschaft ablegen, alles. Die wollen alles von einem wissen. Und wenn man so alles erzählen muss, was man erlebt hat, also irgendeinem Oberen oder Vorgesetzten, nicht nur das Ökonomische, Wirtschaftliche, vielleicht auch das Erotische, vielleicht auch das Privatste, was man selber als sehr privat empfindet. Ist das so eine Art Gehirnwäsche, dass man jeden Tag oder jede Woche, ich weiß nicht wie oft oder alle 14 Tage, das alles ausplaudern muss? Ich glaube, die Argumentation ist ein bisschen schief. Man müsste eigentlich hergehen und sagen, also ich möchte ein bestimmtes Leben führen. Und die Transparenz, die ich lebe, und das ist natürlich ständige Überwindung, ist ein Mittel dazu. Das heißt, also alles, was ich tue, muss ich freiwillig tun. Und wenn ich es nicht tue, dann tue ich es halt nicht. Aber ich schade meine... Ja, man hat es doch mal unterschrieben. Man hat es sicherlich mal unterschrieben. Man macht es. Ich will nicht böse sein oder kritisch. Und ich will einfach nur sagen, wir greifen das bei manchen Sekten an, die von Amerika rüberkommen und sagen, ah, gehört da auch dazu, dieser Schauspieler, das er unterschrieben hat und so, so Gehirnwäsche. Und läuft das vielleicht in unseren Kirchen verdeckt mit heiligeren Namen auch? Ausforschender Leute. Ich glaube, es gibt doch einen qualitativen Unterschied zwischen Strukturen, oder ich nehme an, Sie zielen jetzt auf Sekten ab, oder auf den Begriff Sekte, die irgendwo in eine etablierte Großinstitution eingebunden sind, etwa die evangelische oder katholische Kirche. Übrigens auch viele Orden sind sehr strikt und strikter, als man denkt. Und eben solchen Strukturen, die das nicht sind. Also ich würde einen großen Unterschied machen zwischen Opus Dei und Scientology, um es deutlich zu sagen. Darauf habe ich angespielt. Akzeptiert. Wie ist das denn, Sie sind aber jetzt nicht mehr bei Opus Dei. Kann man da einfach austreten? Oder gab es einen Anlass, dass Sie gesagt haben, jetzt reicht es mir? Das würde ich auch gerne wissen. Wie sehen Sie, es war irgendwo so, ich habe festgestellt, dass irgendwo bestimmte Voraussetzungen, die ich angenommen hatte, in dieser Form sich nicht eingelöst haben. Und habe dann eben... Nämlich, können Sie das mir sagen? Also es ging mir, ich... Ja. Es war im Nachhinein so, ich habe mich da vielleicht zu einem Früh... Viele meiner wirklich guten Freunde zählen auch dazu. Und ich unterscheide das nicht prinzipiell, dass man sagt, das ist besser oder das ist schlechter. Wichtig ist, dass wir ein Miteinander finden, ein neues und dazu gibt es viele Wege. Es gibt nicht einen Weg, sonst wäre die Welt nicht ausgedehnt. Wenn es nur einen Weg gibt, dann gibt es zwischen zwei Punkten eine ganz schmale Verbindung, wo ich nicht einmal mehr atmen kann. Und das ist die Gnade, dass wir Wege haben. Aber wenn der Philosoph, ich sage das mal, nach Idar-Oberstein zurück will, innerlich, in seiner Heimat, wenn Religion was zu tun hat mit Heimat, mit Heimat, Geborgenheit finden, wo man nicht gemessen wird, wo man dazugehört, wo man nichts leisten muss, wo die Mutter einem das Essen auf den Tisch gibt, obwohl du nichts geleistet hast, wo die Sonne aufgegangen ist, obwohl man noch nichts konnte, dann hat er doch ein Problem. Er ist römisch-katholisch erzogen. Und seine Heimat, so habe ich sie verstanden, sagt, wir wollen dich so nicht. Wo wird er seine Heimat finden? Er wird, ja, du unterstellst ja, dass die Heimat die Kirche ist für ihn, das ist es ja nicht. Das hat er ja erkannt, dass es das nicht ist, dass er da nicht zu Hause ist. Dass das eine Wahrheit ist, die Sie, lieber Herr Stephan, nicht leben können. Und deswegen ist das für mich nicht ein Problem. Nicht das. Der Punkt, dass ich mich eben eigentlich bei der katholischen Kirche verstecken muss, letztendlich. Ich habe es nie bei meinen Eltern gemacht, nie in meinem ganzen bekannten Verwandtenkreis. Ich habe schon immer sehr offen gelebt. Ich habe in der Firma keine Probleme. Ich habe auch meine Mitarbeiter in den Lauf. Es ist ein, es gibt hier nichts zu verstecken und das wollte ich nie. Ich will es nie. Ich will es auch mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das. Und ich will, dass das eigentlich offen, jeder weiß, was ich mich vor keinem verstecken muss. Und trotzdem spüre ich die Erschütterung, die es da gibt, dass sie diesen Mut immer braucht und sagen, ich will es, ich bin es, ich will es, ich bin es. Und dass es offenbar drumherum eine Atmosphäre gab, die das von ihnen verlangte. Ich will es, ich bin es zu sagen. Wer von uns muss das dann sagen? Meine Damen und Herren, es gibt auch Menschen, die zur Kirche gehört haben, katholisch, evangelisch, ganz egal, die gesagt haben, es ist uns nicht verbindlich genug. Das kam gerade mal von ihnen auch. Und die aus dieser Not heraus gesagt haben, wir wollen etwas Verbindlicheres in unserem Leben haben. Wir versuchen es mal mit einer engeren Glaubensgemeinschaft, mit einer Sekte vielleicht, mit den Zeugen Jehovas. Markus Hünermann ist Zeuge Jehovas. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Herr Hünermann. Was müssen Sie alle aushalten, wenn Sie sagen, ich bin Zeuge Jehovas? Sport? Aus der sportlichen Sicht habe ich es noch nie betrachtet. Aus der sportlichen Sicht? Sport. Nein, ist es sicher so, dass man, dass viele Menschen in dieses Wort Zeuge Jehovas, in diese Glaubensgemeinschaft sehr viel hineininterpretieren. Ich werde eigentlich eine Institution, beziehungsweise an die Kirche oder katholische Kirche, die mich in meiner Lebensweise eigentlich nicht akzeptiert, da ich seit Jahren mit einem Freund zusammenlebe. Und eben, katholische Kirche ist ja da nicht so eingestellt, eben, oder es wird nicht so akzeptiert, wie ich eigentlich seit Jahren lebe. Ich kriege zwei Sachen. Ausschlaggebend sozusagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, das war die Steuererklärung. Ging ein paar tausend Euro. Und das Zweite ist, warum soll ich denen tausende von Euros geben, von mir, wenn die mich eigentlich nicht mögen? Denn offenbar sind sie homosexuell begabt. Ich sage immer begabt. Denn welche Form von Liebe man lieben kann, ist eine Begabung. Und dann sagen Sie, warum soll ich mit einer Institution, aber welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, wenn man schwul ist oder wenn man homosexuell ist in der Kirche? Sind Sie da wirklich mal draußen vorgehalten worden oder ist das so eine, der Papst ist gegen mich oder die Bischöfe? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Es war so, dass ich 1994 meinen damaligen Freund bei einem Verkehrsunfall verloren habe. Also der ist tödlich verunglückt. Und ich habe da schon so ein bisschen Bezug zur Kirche gesucht, muss man ganz, muss man ehrlich sagen. Das war am Chiemsee, da war auch die Beerdigung. Und dann habe ich auch versucht, mit dem Pfarrer in Kontakt zu treten und einfach mich eigentlich auch zu outen. Dass ich eigentlich dieser Person doch sehr nahe stand und nicht irgendein Freund bin. Da war ich eigentlich mehr vor verschlossenen Toren gestanden. Also es wurde immer heruntergespielt, ja, es ist halt wahrscheinlich ein Freund gewesen oder den ich hier verloren habe. Oder es wurde eigentlich nicht ernst genommen, dass das eigentlich mein Lebensgefährte war, mit dem ich auch seit ein paar Jahren schon zusammengewohnt habe. Die Trauer spüre ich immer noch. Also Ihre Stimme fängt dann an zu schwanken und sagen, ich war doch der Ehemann dieses Mannes, wenn man so will. Und in dem Augenblick, wo man sich doch versprochen hat, zusammenzubleiben, ist, dass der Tod euch scheidet. Genau da sagt die Institution, mit dir wollen wir in diesem Augenblick nichts zu tun haben. Das ist eine Wunde fürs Leben. Dann sind Sie aber, wenn das 94 schon stattgefunden hat, eigentlich sehr langmütig mit dem Verein. Ja, wie gesagt, das war jetzt, denke ich mal, doch auch dieser berühmte Tropfen auf den heißen Steinen. Ich bin selbstständiger Versicherungsagent. Wir spenden eigentlich von der Agentur auch immer wieder Münchner Elzhilfe oder irgendwelche Institutionen. Das heißt, es liegt ja nicht an Geld. Das Geld drücke ich schon ab, nur woanders hin. Das ist mit Sicherheit, das hatte ich vorher schon gemacht, aber jetzt auch dieser doch mehr oder weniger größere Betrag, den kann man ja auch irgendwie anders anlegen von Institutionen oder von Zugehörigkeiten, wo man eben dann wirklich akzeptiert wird, auch in seiner Lebensweise. Nun haben wir gerade über katholische Kirche geredet. Schwulsein ist bei den Protestanten weniger problematisch, glaube ich. Weil bei uns, meine Damen und Herren, in der evangelischen Kirche, da kann man bei. Also die Katholiken werfen den Protestanten vor, sie seien mit der Bibel verheiratet, trügen da Dinge rum wie einen Herzschrittmacher, aber ihr seid, glaube ich, dann noch ziemlich intensiver. Ganz sicher sind wir da intensiver. Und das ist auch gut, so aus meiner Sicht, weil was mich an Zeugen Jehovas begeistert hat, ist einfach die Tatsache, dass alles das, was geglaubt wird und das, was gelebt wird, auf die Bibel zurückzuführen ist. Das ist aus unserer Sicht was sehr Wichtiges, weil wir davon ausgehen, und uns auch damit beschäftigt haben, dass das Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist. Also die Tatsache, dass ich diese Antworten in der Heiligen Schrift finde, ist ja was Bemerkenswertes. Ist das nicht schwierig, in einer Welt, wo man mit Kuckreisen und Tui und wie die alle heißen, in einem Tag durch drei Religionen fliegen kann? In einer Welt, wo in einem Haus drei Religionen wohnen, einen Buddhisten in der ersten Etage, in der zweiten Etage, in einer türkischen Familie, und, 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 sagen, ja, aber ich habe das Gefühl, meine Familie und so, wir haben das Richtige. Wissen Sie, ich denke, es ist auch wichtig, was ich jetzt auch in dieser Runde, wenn ich das so verfolgt habe, ganz selten gehört jetzt einfach die Frage, wie sieht Gott das eigentlich? Zeugen Jehovas orientieren sich sehr stark an dem, was in der Heiligen Schrift steht, was wir über Gott und seine Gedanken erfahren, über Jesus Christus erfahren. Und Jesus Christus hat gesagt, es wird nicht so breite Wege geben, die zu ihm führen, sondern es wird einen schmalen Weg geben. Also diese Aussage bestärkt einen doch auch in der Tatsache, dass es wenig Menschen gibt, die irgendwo auch einen Weg zu Gott führen. Es gibt viele Wege, die von Gott wegführen, nach meiner Erfahrung, und nur wenig, die hinführen. Jetzt muss ich mit diesem Mikrofon eine Beobachtung machen und ihr Rechnung tragen. Hier sitzen sechs Männer. Und das geht nicht. Deswegen verlagere ich jetzt den Schwerpunkt dieser Sendung zu den Frauen. Das scheint mir wichtig, auch weil du es angemahnt hast. Wir seien auf einer Stufe in der Entwicklung der Welt und der Menschheit, die aufhören muss, uns Männer und unsere Erfahrungen so wichtig zu nehmen. Ich muss mich jetzt mal als Mann mitnehmen. Ich würde mich jetzt gerne einer Identitätskrise unterziehen, um zu Ihnen zu kommen. Und darf ich Sie einmal bitten, mit mir zu tauschen, dann gehe ich nämlich zwischen meine Gäste und führe von hier die Sendung weiter. Erlebt man das als Männergespräch? Natürlich. Was ist an uns so... Also erstens mal, dass Sie in dieser geballten Macht hier sitzen. Das erinnert mich so entsetzlich an alle Debatten, die über Afghanistan und Kosovo gehalten wurden. Da saßen nur Männer im Fernsehen und die Frauen fanden nicht statt. Und wenn es auch bei Kirchens darum geht, zu entscheiden, dann sitzen da auch meistens Männer. Selbst wenn wir jetzt drei Bischöfinnen haben. Und die sitzen auch noch erhöht. Wunderbar. Na, okay, jetzt könnte ich sagen, ich konnte das Studio nicht ändern. Aber... Aber Sie hören, dass ich es empfinde. Ja. Ich höre, dass Sie es empfinden. Ich danke sogar mir selber auf den Knies, dass ich es gemerkt habe. Es ist immer so eine Konkurrenz zu Kirchens. Wir denken uns mit Weisheit, mit Struktur, mit Klugheit die Welt zusammen. Und auf einmal kommt der kluge Philosoph, Sie verdienen immer noch Geld damit, und tut auf einmal in irgendeiner Kirche Klingelbeutel halten und ist wieder auf der niedrigsten Stufe angelangt. Warum sind Sie wieder in die Kirche zurückgegangen? Ja, die Philosophie ist eine eher nüchterne und rationale Angelegenheit. Und die Philosophie, zumindest wie sie heute verstanden wird, vermittelt eigentlich weniger Gewissheiten und Sicherheiten, sondern nährt die Skepsis und die Zweifel. Das halte ich auch für eine sehr wichtige Sache. Aber es fehlt für mich persönlich dann an Wärme oder an Geborgenheit. Wo haben Sie die denn gesucht, wenn Sie sie bei der Philosophie nicht gefunden haben? Dann macht man sich doch auf die Suche. Wo waren Sie überall? Ich war an recht vielen Stationen eigentlich. Also begonnen habe ich, wenn ich mich recht erinnere, dann bei dem Buddhismus. Das war auch so eine Modeerscheinung, oder ist es immer noch? Da war ich eine Zeit lang. Dann würden aber manche Leute sagen, ey, sei vorsichtig mit dem Begriff Modeerscheinung. Buddhismus ist eine uralte Geschichte, die ist älter als das Christentum, 600 Jahre älter. Ist das unser westlicher Blick zu sagen, das ist ja nur eine Modeerscheinung? Oder haben nicht viele westliche Leute Grund, Buddhisten zu sein? Für Sie war es eine Modeerscheinung? Möglicherweise ist das so ein sehr abendländischer Blick, das mag schon sein. Wir haben so einen Kulturimperialismus, den wir in uns tragen. Wenn ich denke an Modeerscheinung, denke ich an den europäischen Buddhismus, den es ja noch nicht so lange gibt, jedenfalls nicht so verbreitet. Da sagt der Dalai Lama, bleibt Christen. Finde ich ganz spannend. Dass er sagt, also seht zu, dass ihr eure eigene Spiritualität erhaltet und nicht eine importierte, aufgefropfte lebt. Ja, das war ein Ausspruch, der mir auch zu denken gegeben hat, muss ich sagen. Als der Dalai Lama, also nun das Oberhaupt des Buddhismus, das gesagt hat, bin ich dann auch etwas nachdenklicher geworden. Ich war dann bei der Esoterik, oder ich glaube, da war ich vorher schon, also Astrologie und andere Methoden. Dann kam die griechisch-orthodoxe Kirche durch einen Freund, den ich hatte. Der war Grieche. Also das muss doch was für Sie sein. Also Sie sind doch so eine ästhetische Erscheinung. Und das ist doch so eine Geschichte, orthodox sein mit ganz vielen Ritualen. Warum ist denn das nichts für Sie gewesen? Das hat mich fasziniert mehr wegen der Weltabgeschiedenheit, der Weltabgewandtheit. Also wir haben damals viel über die Mönchsrepublik auf dem Berg Athos gesprochen. Nur Männer. Das hat mich fasziniert. Da würde der verrückt, der Peter Horn. Nee, wirklich nicht. Das hat schon seinen Sinn, so einfach ist es nicht, Jürgen. Ja, aber wieso, warum sagst du auf einmal, Frau ist das Wichtige, und dann sagst du auf einmal... Jetzt, wir müssen ja die geschichtlichen Prozesse mit einschließen. Wir stehen als Menschheit jetzt. Mag man die Kirche sehr gern, trotz allen Schwierigkeiten, die auch dort gelegentlich auftreten. Und wenn ihr beide in einer Bank sitzen würdet, er mit seiner homosexuellen Begabung, sie mit ihrer spirituellen Begabung, dann muss doch eine Brüderlichkeit sein. Also ich habe jetzt mit der Situation von Herrn Thomas an sich kein Problem, was ich vorher mitbekommen hatte. Also das war natürlich eine Fehlreaktion irgendeines Pfarrers, jetzt in einem so einschneidenden Todesfall einer engen Beziehung da in einer solchen Form zu reagieren. Mir geht es aber umgekehrt natürlich auch so, wenn ich mit meiner Freundin zusammenleben möchte, ohne verheiratet zu sein, verstoße ich natürlich auch da gegen Normen. Und macht es Spaß? Also ich lebe nicht mit meiner Freundin zusammen, aber... Also ich denke, ich kann nicht... Also ich würde jetzt von mir, also es gibt viele Dinge an der Kirche, die mich stören, weil ich es eigentlich anders machen wollen würde, aber auf der anderen Seite Normen der Kirche grundsätzlich für richtig halte und versuche mich daran zu halten. Es klappt mal besser, es klappt mal schlechter. Also ich würde sagen, Normen sind schon wichtig, aber welche Normen wir aufrechterhalten wollen oder nicht, die müssten doch auch diskutiert werden, oder? Die müssten sich doch im Laufe des Lebens ändern. Okay, vor 2000 Jahren hat man ja gesagt, also weiß ich, Schwule, Lustjungs und was weiß ich, was da so war, um Gottes willen... Ich glaube, die Antike war liberaler als heute, aber in der Hinsicht... Ja, im Neuen Testament nicht, aber da kommen wir ja auch schlecht weg. Aber okay, Normen ja, die Kirche muss Normen haben und an diesen Normen müssten wir uns auch orientieren, das höre ich von Ihnen. Also ich würde sagen, wenn wir keine Normen haben, das ist vielleicht auch zu wenig Normen, zu wenig Verbindlichkeit, und die scheint mir auch ein Problem der evangelischen Kirche zu sein, ein Stück weit mehr als in der katholischen, endet das irgendwo in Indifferenz und Beliebigkeit. Wir haben zu wenig Normen, wir evangelischen. Nein, Sie sind, die haben Sie sehr wohl, aber Sie haben irgendwo nicht diese, also die zentralistische Struktur, die wir jetzt durch Rom etwa haben, ist bei uns viel fester, hat auch viele Probleme, aber es ist von daher auch etwas normierter. Ihr habt ein bisschen mehr Gelände an der Treppe. Genau. Okay, machen wir das mal so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob Peter Horten diese Meinung teilt. Denn Peter Horten, meine Damen und Herren, mit dem ich vor einiger Zeit einen Gottesdienst feiern konnte, da erlebe ich auf einmal einen Künstler, dessen Spiritualität so tief ist, dass sie vielen, vielen hunderttausend Menschen bewegt hat. Die haben geschrieben, geschrieben, wir haben von Peter Horten ein Stück Spiritualität erlebt. Hier ist er und trotzdem aus der katholischen Kirche ausgetreten. Erkläre er mir das. Herzlich willkommen. Auch katholisch erzogen, genau wie er, katholisch erzogen. In Österreich, in Wien, Wiener Sänger, Knabe, ja, da kann man doch eigentlich nicht austreten. Das ist doch das ganze Leben überhaupt. Das Leben ist nicht die Kirche, sondern das Leben ist die Liebe. Und ich muss das gleich dazu sagen, mein Austritt liegt 36 Jahre zurück. Und ich möchte in keinem Falle, dass mit irgendeiner modernen... ... ...